Ich lege jetzt los. Hallo, liebe Leute. Da sind wir wieder, Spectral Radio, nach einer kleinen Pause, die so klein war, dass es uns wie immer vorkam. Und hier ist mein Lieblingskollege, der Timo. Hallo. Oh, Kaffee, geil. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Hallo, ich freue mich, wieder da zu sein. Mh, Kaffee, lecker. Ja, ne, Kaffee muss sein, egal zu welcher Uhrzeit. Immer. Ja. Wir nehmen gerade um 12 Uhr nachts auf. Die Kaffee, das entspricht ja gar nicht der Wahrheit, das sind Fake News. Das kann mir aber keiner nachweisen. Doch, ich, denn ich befinde mich ja quasi in derselben Zeitlinie wie du oder in derselben dimensionalen Konfiguration. Jetzt habe ich schon mein eigenes Hörspiel geklaut, weil die so geil sind. Weil die so geil sind. Das Schlimme ist, ich kann dir nicht widersprechen. Ja, das ist, wie fandst du die letzte Folge? Ha, ha, das wusste ich. Ich wusste, jetzt wollte ich dich nämlich mal live bloßstellen, mein Freund, du. Ich habe aber auch gerade kurz überlegt, ob ich dich bloß stelle und sage, die war total scheiße. Na ja, das wäre doch in Ordnung gewesen, die war ja auch scheiße. Ha, ich lache mich tot. Nein, äh, das wäre eine grundlose Behauptung. Grundlose Behauptung. Ne, die war ganz gut, muss ich das so wissen. Es gibt ja auch Folgen, wo ich sage, die fand ich im Nachhinein nicht so gut. Das konnte ich noch nie sagen über eine oder eine Folge. Das konnte ich schon öfter sagen, aber ich sage ja nicht welche. Sonst hören die Leute das und dann sagen sie sich, ah, ja, stimmt, der hat recht, ja. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist aber, wenn ich dir da kurz mal ins Wort fallen darf, das ist, das ist aber echt so, dass man sich teilweise auch, wenn einem das gar nicht so bewusst ist, von sowas beeinflussen lässt. Mir ging das bei ganz vielen, ähm, bei irgendwelchen Alben von Bands oder so. Wenn ich dann eine Doku drüber gesehen habe oder, keine Ahnung, Making Of dazu oder so und der Künstler selber oder die Interpreten dann sagen, ja, ach, das ist nicht unsere liebste Platte und so, dann hast du das die ganze Zeit im Hinterkopf, wenn du das dann wieder hörst und dann denkst du dir so, ah, ja, stimmt eigentlich, das, was der so und so da gesagt hat, ja, ja, da, na, das ist nicht so gut ausproduziert und so. Dann hörst du diese Schwächen viel mehr raus, weil du total beeinflusst bist. Das ist absolut so. Siehst du? Ja, das ist wirklich so. Das mischt sich dann irgendwie, schleicht sich dann so rein. Gerade wenn man sich für irgendwas interessiert, dann vergisst man solche Aussagen auch niemals. Richtig. Und die fressen sich tiefer und tiefer rein. Deswegen erzähle ich lieber, wenn ich irgendwas gemacht habe, was ich, worauf ich besonders stolz bin und was ich besser fand und was ich scheiße finde. Oder was die Leute scheiße finden, sollen sie selbst entscheiden. Ja. Du bist ja... Ah, ist das schön wieder. Ich bin direkt hier wieder drin in diesem Podcast. Sehr schön. Ich auch. Total. Ja. Nee, also ich finde es ja immer schön, da rauszugehen und Stände zu machen und mit echten Menschen zu interagieren. Aber es ist mit so viel Stress und Aufwand und nervenzerreibender... Nervenzerriebenheit verbunden. Ist egal, wir wissen alle, was du meinst. Echt? Ja, ich bin noch fertig komplett mit der Welt. Also das muss man sich so vorstellen. Wir kamen... Heute ist Donnerstagabend. Jetzt ist Donnerstagabend, wo wir das aufnehmen. Und wir kamen hier am Montag von der Comic-Con Germany zurück. Und Dienstag, Mittwoch und bis heute war nur Action. Ja, da war ein Termin da, da war ein Termin da, war dies und das. Und das ist keine Ruhe. Und jetzt ist... Diesen Abend habe ich zum ersten Mal Ruhe. Und was mache ich? Das allererste, was ich mache, ist einen Podcast aufnehmen. Mit dir. Ja. Aber das heißt halt auch, dass ich noch nicht ganz auf dem Dampfer bin. Ich habe ja immer irgendwelche Entschuldigungen hier in diesem Podcast für geistige Zertretenheit. Ist das ein Wort? Ab jetzt, ja. Okay. Hey, das beantrage ich dann. www.duden.de Unbezahlte Werbung. Ja. Muss man ja dazu sagen. Ja. Aber liebe Leute vom Duden. Äh. Ne? Wir haben auch PayPal. Ey, mein Kater ist wieder da. Mensch, das ist ja ein Ding. Lange nicht gehört. Tja. Die gute Frau ist weg. Die gute Frau ist weg. Der Kater kommt. Ey, der riecht das aber auch. Sobald ich hier ein Mikrofon stehen habe und ein Laptop, dann kommt der. Ja, wir sollten mal einen Garfield-Podcast machen. Aber er sieht nicht aus wie Garfield. Aber das weiß ja keiner. Ne, das weiß keiner. Er klingt aber so. Ne, er klingt auch nicht so. Ne. Weil Garfield klingt wie Bill Murray. Ich hasse er. Kennst du diese Garfield-Synchron, also US-Stimmengeschichte? Die US-Synchron-Stimmengeschichte? Ja, also der Sprecher, der erste Sprecher von Peter Venkman in Real Ghostbusters, Lorenzo Music, war auch die Stimme von Garfield in der Garfield-Cartoon-Serie. Was dazu führt, dass Peter Venkman in den ersten Staffeln und Garfield dieselbe Stimme haben und gleich klingen. Deswegen Garfield besonders cool. Und irgendwann während der Real Ghostbusters-Produktionsserie hat Bill Murray dann gesagt, warum klingt der eigentlich nicht wie ich? Der Typ, der Egon spricht, klingt genau wie der Harold Ramis, aber der Peter klingt nicht wie ich. Was ist passiert? Der arme Lorenzo Music, der das genial gemacht hat, wurde entlassen und dann kam jemand anders. Und dann irgendwann Jahre später haben sie einen Garfield-Real-Film gemacht. Wer hat Garfield gesprochen? Bill Murray. Das stimmt. Ja. Das heißt, sowohl Bill Murray als auch der, der Bill Murray gesprochen hat in Cartoon, haben beide Garfield gesprochen. Lustig. Wieder was gelernt. Ja. Das ist mir gerade eingefallen. So, jetzt mal abschalten. Nein! Nein! Bleibt da! Wir haben noch ganz viel zu erzählen. Wir haben doch noch so viel Zeit. Richtig. Also wir schon. Also wir sitzen ja total entspannt. Ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber die können sich das ja einteilen. Das ist ja das Schöne. Ja, das ist das Schöne. Die können ja dann sagen, so jetzt, ich drücke jetzt Stopp. Halt die Fresse jetzt! Das ist auch das Schöne, wenn man so ein Thema der Woche hat und sich denkt, hoffentlich bringen wir es ein bisschen auf Laufzeit. Ja, dass wir nicht irgendwie nach einer halben Stunde fertig sind. Und dann hat man irgendwie schon eine Viertelstunde über Garfield geredet und macht sich gar keine Sorgen mehr. Auf Topic. Ja. Ja. Hey, ich war auf der Comic-Con. Nein. Das muss ich dir erzählen. Ja. Erzähl mal, wie war es denn denn? Wir haben dich ja alle ganz doll vermisst. Also die Leute, die dich nicht getroffen haben. Anstrengend. Ich hasse das. Echt? Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, du bist total der, der, ähm, ne, keine Ahnung, Menschenfreund und liebst das in der Menge zu baden und so. Nee, nee, das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Das wird jetzt ein paar Leute schockieren, weil ich habe ja jetzt an dem Wochenende festgestellt, dass es einige, ähm, gibt, die auf die, äh, Messen gehen und uns hier zuhören. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Du hast das festgestellt? Das habe ich festgestellt. Die Leute kamen auf mich zu und haben gesagt, hey, Podcast hören wir immer, finden wir cool. Yay. Hat mich, ja, da sprang mein Herz. Oh, das sprang meinst du auch. Ja, erzähle ich gleich noch was. Und, äh, aber tatsächlich ist das so, dass, dieses, dieses, dieses Con-Live ist nicht meins. Ich finde das eher anstrengend, wirklich. Ähm, das ist so, irgendwann, ähm, gab's diese, diese Cosplay-Bewegung und diesen, diesen Drang auf Cons zu gehen und Stände zu machen und, ähm, da gibt es halt ein, ein neues Bedürfnis. Das ist noch relativ frisch seit ein paar Jahren und dem komme ich nach, ja, unter diesem Ghostbusters-Deutschland-Label. Aber meins persönlich ist es so gar nicht. Ich, 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 ich bin jemand, der, ähm, der muss sich nicht verkleiden. Ich mach's halt, weil's, weil's zur Show dazugehört. Ja, ich war ja da auch als Real Ghostbusters-Egon. Ähm, das fand ich ganz witzig, obwohl mir diese Perücke furchtbar steht. Ich fand das, ich fand das sah cool aus. Es ist eine geile Perücke. Die Perücke ist geil, aber sie steht mir nicht besonders. Also, egal, das war, den Witz war's mir wert. Ähm, nee, aber ich, ich bin jemand, der sein Hobby eher so für sich im stillen Kämmerlein ausmacht und der sich dann irgendwie so an, an, an anderen Sachen, an anderen Facetten, ähm, dieses Hobbys erfreut, der irgendwie, ähm, das, was wir hier machen zum Beispiel. Ich, ich setz mich gerne hin und, und rede über Neuigkeiten und, 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 ja, diskutiere. Äh, das find ich schön. Oder bin kreativ halt. Und das ist halt so ein, ähm, also ich bin eher so die introvertierte, der introvertierte Fan und dieses, dieses drüberstülpen und rausgehen ist nicht so, ist nicht so meins. Aber ist es nicht spannend, wenn man da so, sag ich mal, berühmte Persönlichkeiten trifft und teilweise auch Legenden, weil ich spiel jetzt auf eine bestimmte Person an, wo ich bei Facebook gesehen habe, dass, äh, derjenige auf eurem Stand war, wo ich mir dachte, wow, krass. Meinst du den großartigen Hulk? Den meine ich. Der großartige Hulk vor allem. Nein, ich meine den Nachbar von Doug Haffernan. Doug Haffernan. Äh, ja, das ist, äh, das ist schade. Ähm, äh, der große, große Lou Ferigno, hieß er Ferigno, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Also, ich dachte immer, man spricht ihn Ferigno aus, oder? Ferigno? Ferigno. Also, ihr wisst alle, wen wir meinen. Lou Ferigno. Derjenige, der Hulk in der, der 80er Jahre Serie gespielt hat. Oder den Nachbarn von Doug Haffernan. War das, war das, ich war, ich, ich frage mich immer, war das Hulk, der in der, in der Vorspannserie so im Gericht saß und dann irgendwie so diesen Tisch umgeworfen hat? Oder war das B.A. Barakas im A-Team? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Einer von denen war es. Vielleicht war es auch beide, keine Ahnung. Aber die haben auch beide dieselbe Attitüde gehabt. Ja, richtig. Zerstören! Ja, ja, genau. Nee, ähm, solche Situationen passieren immer, wenn ich nicht am Stand bin. Also ich, ich. Ach, du warst da nicht da. Ja, ich find Comic-Cons an sich überhaupt nicht so interessant. Also ich persönlich lauf da einmal rüber und guck, ob ich was finde halt für mich. Und, ähm, sonst interessiert mich das auch nicht. Ich bin auch nicht so ein, so ein, so ein, so jemand, der dann irgendwie zu den, ich sag mal, in Anführungsstrichen Prominenten geht und sich da irgendwie Autogramme oder Fotos abholt. Das gibt mir irgendwie nicht viel. Das sind irgendwie, weiß ich nicht. Also ich hab ja so ein paar von den Ghostbusters getroffen. Das war so das Höchste der Gefühle. Aber darüber hinaus, über den Tellerrand, denk ich mir immer, das sind auch normale Menschen. Ach, echt? In allen anderen Themengebieten hab ich halt diese, diese, ähm, ja, natürliche Distanz, wo ich sage, ja, ja, ich find's immer, ich find's immer interessant, wir, wir sind halt ein bisschen rumgelaufen und haben da, ähm, Jonathan Frakes gesehen. War's? Nein. Ehrlich? Ja, der war da. Geil. Der Lieutenant Commander Riker oder, ähm, eine dieser, eine dieser, diese Geschichten ist frei erfunden, äh, oder, oder, zwei sind frei erfunden, eine ist die, oder haben wir sie so in der Nase herumgeführt? Und, äh, er war da, er war da und, äh, Brent Spiner, der Daytash gespielt hat. Boah. Die waren, äh, beide da und, ähm, das find ich immer faszinierend, also ich hab mir da keine Autogramme geholt, aber wir sind halt so um die rumgelaufen und haben die mit unseren eigenen Augen gesehen und das ist immer schon so ein bisschen surreal. Und, äh, magisch und gleichzeitig hat's ein bisschen was Entzauberndes, so nach dem Motto, guck mal hier, das sind ja echte Menschen, nur. Ja, ich glaub, ich weiß, was du meinst, ja. Das ist, ich mein, ich freu mich immer für die Leute, die dann total leidenschaftlich da irgendwie, und ich mein, das ist, manchmal ist es ja auch was Schönes, wenn man auf die Leute dann trifft und eben feststellt, hey, das sind ja nur echte Menschen, die sind ja total im Sinne von, die sind ja cool und nicht irgendwelche abgehobenen Arschlöcher. Aber immer, wenn das passiert, dass irgendwelche Prominenten, äh, mal über unsere Stadt laufen, bin ich nicht da. Jetzt hatten wir den Hulk, wir waren letztes Jahr auf der GamesCon, das ist also die größte Gamesmesse hier, so in Köln, findet die Stadt und da war die Familienministerin auf unserem Stand. Finde ich den Hulk cooler. Ja, wie schon, ja. Aber, ähm, dann sag ich mir, naja, gut, ich brauch, ich brauch mir die Fotos dann halt auch nicht, ich brauch da nicht mit drauf sein, weil wir sehen ja eh alle gleich aus. Ja, mit unseren beigen Overalls. Brauch ich das nicht für mein Ego. Also, das ist, ja. Ja, diesmal hab ich ein bisschen anders ausgesehen, Babyblau. Aber ich fand das schon geil, also vor allen Dingen, dass du wirklich so wie so ein bunter Papagei so hervorgeblitzt bist aus der Masse, das sah schon echt genial aus. Du sahst quasi aus wie eine fleischgewordene Cartoon-Figur. Ja, das ist aber wirklich, ich hab mir gedacht, ich hab diesen beigen Overall jetzt schon so viele Jahre und ich bin schon, so oft hab ich den schon angehabt auf Veranstaltungen, jetzt probier ich einfach was Neues, weil Ghostbusters auf Conventions ist ja so das neue Star Wars im Sinne von, okay, da kommen jetzt wieder 30 Sturmtruppler an, sehen alle gleich aus. Und das ist mittlerweile bei uns auch so, also von wegen, die Ghostbusters sind vier Leute, ist nicht mehr, hast du dann immer mal locker 10, 15 Leute am Stand stehen und die sind alle gleich aus, ja. Ja. Ich hab gedacht, jetzt probier ich mal was Neues. Ähm, ja, das ist dann, ich hatte Spaß bei diesem einen Bild, wo ich mich so ein bisschen sexy geregelt hatte vor der Gruppe. Ja, sehr schön. Ja, irgendwie jemand einen Kommentar drunter geschrieben, dass das irgendwie wie Jeff Goldblum aussieht. Ja. Ich hab einfach den Anzug noch ein bisschen. Nils, warst du das? Ja, ich kenn doch meine. Pappenheimer. Pappenheimer. Auch ein schönes altes Wort. So wie Mumpitz. Nee, also das an sich ist das gar nicht so toll, weil man macht sich da irgendwie auch keine Vorstellungen. In dem Moment, wo du als Besucher auf so eine Convention erscheinst und dich dann irgendwie an den Stand stellst und da ist ein irre Haufen Planung vorweg gegangen und das Aufbauen. Wir müssen Teppich verlegen. Wir müssen das Traversensystem aufbauen. Wir müssen die Ausstellungsfläche aufbauen. Da muss, man muss ja auch ein Konzept haben, wie das fertig aussehen muss, damit das ästhetisch ein bisschen was hermacht und so. Also wir haben immer so ein gergliges Regal, dass ich immer die Neuen zusammenschrauben lasse, wo man das ganz scharf ist, wo man sich dann immer die Finger schneidet. Das ist, ja, das ist, also im Grunde genommen ist es so, wenn die Messe dann aufmacht an einem Samstag früh, dann sind wir eigentlich alle schon fertig mit der Welt. Und, also zumindest meine Freundin und ich und dann jeweils die, die halt vorher geholfen haben, je nachdem. Deswegen und dann, wenn es, wenn es zu Ende ist und alle nach Hause gehen, dann müssen wir auch gerade weiterarbeiten, den ganzen Scheiß wieder einräumen. Ich finde es eher schön, wenn man dann halt so mit den Leuten dann abends nach einer Convention, Convention Samstag, dann vielleicht nochmal essen geht und so und das finde ich angenehm. Das ist auch lustig, weil meistens behalten wir dann unsere Overalls an und gehen dann halt irgendwie, weiß ich nicht, ins Restaurant und dann gucken die Leute nochmal. Das finde ich schön. Sprechen die euch auch an oder ist das dann eher nur so ein Gucken? Ich weiß, letztes Jahr zum Beispiel, da haben wir uns ewig gebraucht abends, um uns irgendwie so ein Restaurant auszugucken, weil nach einer Con geht ja wirklich jeder, jeder Messebesucher und jeder Aussteller geht ja essen. Und dadurch ist es schwierig, halt einen Platz zu bekommen und dann haben wir halt irgendwie so ein bisschen weiter raus irgendwie, glaube ich, so einen griechischen Biergarten oder sowas gefunden. Und dann habe ich erst mal reserviert, habe angerufen, habe gesagt, guten Tag, hier sind die Ghostbusters, wir hätten gerne einen Tisch für so und so. Und das finde ich so faszinierend, das habe ich ein paar Mal gemacht und das wird einfach nicht in Frage gestellt. Ja, hallo, hier sind die Ghostbusters, wir hätten gerne einen Tisch für 15 Leute. Ja, kein Problem, bla bla bla. Ja, als ob das so, als ob jeden Tag die Ghostbusters anrufen und einen Tisch bestellen. Ja, jeder glaubt daran, dass es die Ghostbusters echt gibt. Ja, es ist denen doch scheißegal, wer da einen Tisch reserviert. Ich meine, diesmal ist ein Tisch aus Bengler bestellt worden. Auch schön. Weniger auffällig, aber. Ja, ja. Aber das ist schon so ein bisschen dann ein bisschen Klassenfahrtstimmung, oder? Bei euch? Absolut, weil wir haben jetzt auch so eine Ferienwohnung gemietet. Oh, wie schön. Und ja, das ist eigentlich, also da bin ich wirklich zu alt für, das merke ich immer. Das ist dann irgendwie schlau. Nee, ich brauche dann auch, wenn ich abends dann zur Ruhe komme und mich hinlegen will, dann brauche ich eigentlich mein Zimmer für mich, aber wir hatten da so eine Wohnung auf zwei Etagen. In der zweiten Etage waren zwei Zimmer mit jeweils zwei Einzelbetten, also vier Betten insgesamt. Und unten war ein großer Aufenthaltsraum mit einer Küchenzeile und einer Essecke. Und dann hatten wir zwei Doppelbetten für zwei Pärchen und zwei Einzelbetten. Und dann haben meine Freunde und ich haben uns gesagt, na gut, es gibt zwei Pärchen in dieser Gruppierung, wir sind eins davon und dann legen wir uns halt nicht oben in den geschlossenen Raum, sondern unten dann dahin. Und ja, das ist schon, also ich bin ja jemand, der, wie gesagt, ich blühe eigentlich auf und lade meine Batterien auf, ich brauche ganz viel Zeit für mich. Und das ist eigentlich überhaupt nicht meine Welt. Aber auf der anderen Seite schweißt es auch enorm zusammen. Glaube ich, ja. Wenn du so zusammen durch das Leid gehst. Wir waren halt dieses Jahr wirklich alle gedroschen im Vorfeld schon durch das Wetter. Das ist ja so drückend. Ja, allerdings. Das ist alles, alles doppelt anstrengend. Ja, und mein Guter, ich stehe also am Stand und ahne nichts Böses und dann kommen Leute und sagen, hey, ich höre mir immer euren Podcast an, total cool. Ich habe mich so gefreut. Das ist ein paar Mal passiert. Ach Leute, danke schön. Ja, das freut mich wirklich schön. Also ich kenne das halt, dass ich dort stehe und immer mal Leute kommen, die sagen, ich höre eure Hörspiele gern. Also ich grüße jetzt mal den Vater, der mit seinem Sohn kommt. Ich glaube, es ist ein Adoptivsohn. Das sind so meine allerliebsten. Die habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Und die kommen dann immer und versorgen sich so mit den neuesten Hörspielen. Total begeistert und das sind so liebe Leute faszinierend. Und die kamen halt diesmal an und haben gemeint, ja, wir hören auch immer den Podcast. Also der kam da jetzt noch dazu. Und du hast ja sogar von dem Vater was gehört, weil ich ließ ihn eine kleine Nachricht für dich sprechen. Ja, da habe ich mich auch total drüber gefreut. Das kam witzigerweise an so einem Tag, der für mich nicht ganz so gut war. Und das hat richtig, richtig das Herz gewärmt und das war toll. Also nochmal vielen Dank und liebe Grüße an der Stelle. Ja, das ist so. Also ich möchte mich auch nochmal bedanken. Also man muss sich das so vorstellen, ich stehe da, bin halt fertig mit der Welt, weil ich immer fertig mit der Welt bin, wenn ich da stehe. Und dann kommen so begeisterte Leute und die sind so lieb gewesen. Und dann haben die mir eine Packung Lachgummis geschenkt und zwar in Gespensterform. Es gibt so Gespensterlachgummis. Dann eine Packung Marshmallows. Also das hat thematisch auch total gepasst. Dann eine Packung so Eisbonbons. Damit ich auch ein bisschen frischen Atem habe, wenn ich mit den Leuten dann interagiere. Dann haben sie mir eine Packung, wie heißen die, Pick-its oder so. Das sind eine Packung Schokoladen, so kleine Schokoladenriegel. Haben sie geschenkt und ein kleines PKE-Gerät. Das ist so auf Kleinkindgröße. So total detailliert und süß und macht im Gegensatz zu dem großen Mattel-PKE-Gerät, macht es die richtigen Geräusche aus dem Film. Okay. Total toll, total. Ich habe mich so gefreut. Ist das das, wo noch so ein Stickerbuch oder so dabei ist? Ja, genau das Ding. Ah, geil. Ja, das ist echt, also, wenn ihr das hört. Also, ihr seid wirklich meine Liebsten. Das ist ganz toll. Super, ganz schön. Ja. Und das PKE-Gerät, das hat auch einen Ehrenplatz in meiner Vitrine bekommen. Zu Recht, zu Recht. Auch schön. Das ist immer schön, wenn man so merkt, man macht das ja auch irgendwie, also klar, wir machen das ja auch für uns hier und so. Aber wenn man dann noch mitkriegt, dass das auch so Außenstehenden oder Leuten da draußen gefällt, das ist echt toll. Ich finde das total faszinierend. Und dann kommen halt Leute und du denkst dir, okay, schön, da hat mal jemand einen Podcast gehört, aber dann kamen halt noch vier, fünf andere hinten dran und haben dann zwischendurch gesagt, ja, ich kenne dich übrigens. Und ich denke mir so, okay. Woher? Woher? Ja, ich höre mal einen Podcast und auf dem Weg zur Arbeit und macht mir so Spaß und ich finde es schade, dass der, der kommt nicht schnell genug raus. Okay, wir müssen jetzt immer jeden zweiten Tag raushauen. Ja, also ich habe eine ganze Weile mit einem jungen Mann unterhalten, der sogar hier in der Gegend wohnt bei mir. Und ja, sehr lustig. Das ist sehr schön. Das freut mich. Und das sind halt auch immer so diese Sachen. Ich bin immer so auf der Kippe und sage mir, ich habe diese Kon-Sachen eigentlich lang genug gemacht dafür, dass es nicht meine Sachen sind. Ja, und eigentlich, warum tue ich mir diesen Stress an? Ich meine, zum Großteil sind es halt so Sachen, du gehst da hin, hast diese Riesenarbeit davor, hast diese Riesenarbeit danach und deine höchsten Gefühle sind halt, da kommen halt die Leute an den Stand und sagen, hey, cool, meine Kindheit hatte ich damals auch früher gehabt und kann ich ein Foto haben, mache ein Foto mit dir und ziehen dann weiter. Und ich denke mir, das ist ja schön und gut, aber diese kurzen Glücksmomente, da habe ich noch nichts von. Und dann kommen aber wieder so intensive Sachen. Leute, die da sagen, hey, ich weiß, was du da machst, hobbymäßig. Und das macht mir Freude. Und das gibt einem natürlich was. Ich glaube, dass das aber irgendwo auch normal ist, dass man immer zu den Dingen, die man macht, so eine gewisse, ich sage es jetzt mal überspitzt Hassliebe empfindet, weil das auch mal schwankt. Also ich habe auch oft immer zu meinen Projekten, die ich so gemacht habe, Podcasts und so, auch mal so eine Beziehung gehabt, so ein Verhältnis, wo ich mir dachte, ach ja, warum machst du den Stress überhaupt noch und so, und dann kriegst du halt irgendwie Feedback von Leuten und dann merkst du halt, okay, das ist es wert, irgendwie so, dass man seine Zeit dafür hergibt und so und das ist halt schön irgendwie. Ich muss auch ganz offen sagen, dass ich, als wir jetzt unsere kleine Sendepause hatten, tatsächlich so gefühlsmäßig in so einem Status war, wo ich dachte, okay, ich brauche vielleicht eine längere Pause vom Podcast, weil ich irgendwie dachte, das wird mir momentan alles zu viel und dann kam halt sowas, also dann schickst du mir so eine Sprachnachricht und dann höre ich da quasi denjenigen direkt, ja, der das Feedback gibt, das ist ja sonst, klar, man kriegt es immer direkt von demjenigen, aber in Schriftform und wenn du das nochmal mit Ton hörst, dann ist das natürlich nochmal, dann hat das noch mehr Impact und das fand ich krass. Und jetzt bin ich wieder so voll drin und habe wieder total Bock, also das ist irre. Dann kann ich mich ja nochmal bedanken, bei demjenigen, das geht nicht, das geht nicht. Was geht nicht? Du kannst ja keine Pausen nehmen, auch zukünftig nicht, das sage ich dir jetzt schon. Das ist schön, dass du das entschieden hast, Timo. Danke. Das ist ja keine Entscheidung gewesen, das ist ja ein Appell. Timo, das ist mein Geist und mein Körper. Damit mach ich, was ich für richtig halte. Mein Geist, mein Körper. Ich muss mal weg. Nein, ich bin da. Wie gesagt, hat sich ja jetzt sowieso erledigt. Und es stimmt, dass wir uns keine Pause jetzt mehr gönnen können, weil jetzt sehr viel passieren wird in Zukunft. Denn der Drehbeginn steht vor der Tür. Ja, das ist richtig. Keine Woche mehr. Bist du auch so extrem aufgeregt deswegen? Nein. Möchte jemand den Moderatorenposten meines lieben Kollegen vielleicht übernehmen mit mehr Begeisterung? Schreibt es in die Kommentare. Ich will euch auch nicht enttäuschen. Natürlich bin ich aufgeregt. Also sagen wir mal eher so, ich freue mich sehr. Das ist eher eine Freude als eine Aufregung. Es ist ja, ich glaube, das kommt jetzt die Tage, weil wie gesagt, ich komme jetzt erst so langsam aus dieser Convention-Anstrengung raus. Ich brauche jetzt die nächsten Tage bis zum Drehstart, um mich zu regenerieren. Komplett. Das geht ja alles nicht mehr so schnell. Denn das wurde mir auch auf der Convention gesagt von den Besuchern. Wir haben gehört, du bist ja schon etwas älter als dein Podcast-Kollege. Ich halte das für ein Gerücht. Nein, das ist wirklich so. Habe ich vorher noch nie was von gehört. Ja, aber das ist tatsächlich da musst du dir mal die älteren Folgen anhören. Das ist nämlich ein Running Gag innerhalb dieser Reihe. Ich höre doch unseren eigenen Podcast nicht. Wieso klopst das denn? Ja, ich muss mal weg. Du musst mal weg? Ja, hast du gerade gesagt. Jetzt bin ich soweit. Ach so. Warum? Es ist doch gerade so schön hier. Ja. Jetzt bleib doch hier. Bei Kaffee und Kuchen. Ja, ich bleib hier. Mein Kaffee ist alle. Meiner nicht. Hast du's gut. Timo, wie sieht's denn aus mit Neuigkeiten? Ich bin auch voll in dem Convention-Kram drin. Nee, warte mal mit Neuigkeiten. Das hat alles seine Zeit. Das ist nämlich auch was, was ich mir hab sagen lassen. Da gab's zwei Stimmen. Ein junger Mann hat mir das gesagt und dann hat mir das später noch eine junge Dame gesagt. Überhaupt, eine junge Dame hat mir gesagt, ich höre den Podcast. Das ist ja überhaupt das, was ich die letzten beiden Podcasts erfragt habe. Nein, sie melden sich persönlich. Ist ja auch schön. Und zwar dieses, dass wir gerne mal so ein bisschen ausholen. Das wird gemocht. Okay. Es kommt natürlich direkt im Anschluss bei Facebook wieder unten drunter die Kommentare. Nee, ich will nichts hören von was weiß ich. Ich hab zu wenig über Großpastas besprochen. Ja. Ja und? Was erwartet ihr im Ghostbusters Podcast? Liebe Leute, aus dem heißen wir nicht Ghostbusters Podcast, sondern wir heißen Spectral Radio. Das heißt, wir können uns Freiheiten nehmen. Ja. Gut, blöd ist, dass wir da runtergeschrieben haben, dass es der Ghostbusters Deutschland Podcast ist, aber pfff. Ja. Ist jetzt halt so. Kann ich ja wegmachen. Ich wollte euch auch geht alles. Ja. Wir machen das weg und nennen das irgendwie anders. Genau. Irgendwie anders Podcast. Nein. Anders Podcast. Jetzt weiß ich aber nicht mal, worüber ich ursprünglich reden wollte. Über Leute, die das Ausschweifen absolut geil finden. Nee, nee, nee. Und zwar bevor wir zu den offiziellen News gelangen, reden wir oder teilen wir uns meistens noch ein bisschen aus über Neuigkeiten, die wir uns geholt haben, gekauft haben. Mhm. Was steht denn bei dir so ins Haus? Hast du dich irgendwie entschieden, dir neues Merch anzuschaffen oder so? Nein, ich kaufe mir keins mehr. Ich habe alle meine Merchandise-Sachen, die ich mir in den letzten Monaten gekauft habe, alle komplett verkauft und lebe jetzt in einer kleinen Höhle im Wald. Ah, Zonk. Ach, schade. Versuch was wert. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich weiß, dass was auf dem Weg zu dir ist. Ja, ich habe auch in der Zwischenzeit auch was bekommen. Das hatte ich auch schon bei Instagram und so geteilt. Und zwar meinen kleinen Funko-Pop-Marshmallow-Mann in der getoasteten Version. Ja, das stimmt. Der so ein bisschen guckt, als würde er sagen Den hast du mir ja auch geschickt. Ja. Es war an der stressige Donnerstag letzte Woche, glaube ich. Ja, genau. Ja, da kam ich nur dazu zu sagen, dass der mir gefällt und das war es, glaube ich. Der gefällt mir sehr. Ja, ich finde den auch super süß. Ich finde ihn übrigens schöner als den neuen, muss ich sagen. Witzigerweise. Ja. Ja, wollte ich nochmal loswerden. Danke, Timo, für die rege Anteilnahme. Ich stimme dir insofern zu, dass ich ihn wenigstens finde, im Gegensatz zu den neuen. Ha, stimmt. Den habe ich auch irgendwie bisher noch nirgends wahrgenommen. Also überall nur vorbestellbar, aber... Aber bist du sicher, dass du bei Instagram geteilt hast? Weil ich bin gerade auf deinem Profil, da steht er nicht. Moment. Moment. Da ist der nicht. Das kann natürlich auch sein, dass ich es vergessen habe, da zu teilen. Aber dann kommt das noch. Wenn ihr die Folge hört, dann habe ich ihn geteilt. Ja, die Leute sind, wenn die Leute diese Folge hören, dann sind die jetzt natürlich alle wie ich schon längst auf deinem Instagram-Account. Natürlich. Und sind total enttäuscht davon, weil... Soll ich diesen Funko-Puft angucken wollen? Der Funko-Puft? Ja, ne? Ist das ja nicht der Karate-Puft, oder ist der Funko-Puft? Das ist nicht der Karate-Puft. Den Karate-Puft würde ich aber auch gerne haben wollen, aber der hat keine Priorität. Das stimmt. Aber... Ja, aber... Es sind noch zwei Sachen auf dem Weg zu mir. Was größeres und was kleineres. Das hör. Einmal der neue Funko-Pop-Slimer. Es sind viele Funko-Pops, dafür, dass Danny die Funko-Pops nicht mag. Es sind zwei, mein Lieber. Das ist nicht besonders viel. Und dann will ich noch die Gertrude und dann will ich noch den Slimer. Ja, den Slimer. Ja, ich muss ja dazu sagen, die Geister finde ich auch noch irgendwie schön, aber die anderen Figuren mag ich nicht. Also, wie gesagt, diese menschlichen Figuren, da kannst du mich echt mit jagen. Da kann ich nichts mit anfangen. Ich habe es echt versucht, aber ich komme nicht drüber, hinweg über die Dinger. Ich gucke gerade einer an, den ich jetzt vor mir auf dem Tisch stehen habe. Der frisst gleich deine Seele auf. Passend zum Thema ist das ein Ghostbuster-Mike. Funko fressen Seele auf. Funko fressen? Der neue Film von Pixar. Ja, Pixar macht jetzt Arthouse. Genau, geil. Würde ich mir angucken. Da kommt noch was Größeres, sagst du? Ja. Erzähl. Also, zum einen muss ich sagen, dass der Slimer ja der Transluzente ist. Was ich ein bisschen geiler finde als den normalen Slimer. Und das Große ist, Trommelwirbel, die Mesko-Figuren. Oh, geil. Das heißt, liebe Leute, ihr könnt jetzt das Crowdfunden wieder absagen und euch entspannen. Da brauchst du nichts sagen in der Richtung. Ich warte auch noch auf meine Funko-Pops, die mir die Leute eigentlich kaufen sollten. Da ist nicht eine gekommen. Oh, Leute, da muss ich mal echt schimpfen. Was ist denn da los? Das geht ja gar nicht. Ja. Ich finde das wirklich schade. Also, man muss sich auch mal echt aufeinander verlassen können. Das stimmt. Das stimmt. Leute, wir geben euch hier so viel. Ja, ihr habt wirklich keine Vorstellung, wie viel wir geben. Das läuft nämlich immer so ab. In den Stunden vor einem Podcast kriegt der Danny von mir immer eine Sprachmitteilung. Die hört sich ungefähr so an. Ich bin fertig und müde. Und mein Gehirn ist... Ja, so ungefähr. Ja. Und so fühle ich mich auch. Und es ist halt immer dieser zusätzliche Druck, funktionieren zu müssen ab der vereinbarten Uhrzeit. Der ist ja nicht hilfreich. Das ist ja... Und man kommt dann eher im Lauf des Podcasts selbst kommt man dann halt in Form quasi. Ja, so ist das. Ja. Das kann ich bestätigen. Die Sprachnachrichten hören sich wirklich exakt so an. Ich fand das übrigens schön. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Ich hatte ja bei Facebook in der GBD-Forum-Gruppe einen kleinen Aufruf gestartet bezüglich Wünsche, was wir vielleicht hier noch besprechen könnten. Ja. Und ich fand das ganz spannend. Jemand hatte sich gewünscht, dass wir mal die Outtakes bringen. Und das fand ich witzig, weil es gibt ja gar keine Bones. Sonst haben wir ja eigentlich jeden Scheiß hier immer drin gelassen bisher. Ja, das ist wirklich so. Also wir nehmen das so in einem Run auf und dann wird das halt so online auf euch losgelassen. Also die einzige Sache, die wir halt nicht mit reinnehmen, sind eben diese Vorgespräche. Die nehmen wir aber auch nie auf. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Also deswegen so Outtakes können wir nicht liefern. Hört euch die kompletten Folgen an. Das sind die Outtakes. Ja, das ist... Aber diese Vorgespräche sind auch nicht so interessant. Ja, vor uns schon. Hey, hallo, na, wie geht's? Ja, du auch da? Cool, dann können wir einen Podcast machen. Und dann geht das los. Ich möchte dich an dein Vorgespräch erinnern, in dem wir ganz viel über Gesellschaft und Politik und Umwelt gesprochen haben. Das war, ja, das war eins der wenigen Male, wo es tatsächlich ein bisschen substanziell wurde. Da waren wir auch total wach. Aber, ja, ja, ich bin aber auch, wenn wir vormittags Zeit finden und dann aufnehmen, bin ich fitter halt als abends grundsätzlich. Fitter oder fetter? Fitter. Fetter ist man abends. Ich bin mittags grundsätzlich fetter als abends morgens. Fetter ist man abends grundsätzlich, weil man dann ein paar Zentimeter weniger, ein bisschen kleiner ist als morgens. Ich bin immer... Lass mal los. Ist immer knuddelig. Ich bin immer knuddelig. Dankeschön. Das ist schön. Knuddelbär. Hast du? Eher wirklich, ne? Man kann was Schlimmeres sein als ein Knuddelbär. Zum Beispiel? Ähm, keine Ahnung. Knuddelarsch. Ja. Ja. Ja, jedenfalls die Meskos. Hey. Hey. Ich freu mich. Jetzt fragen sich viele, warum? Wie kommt der denn jetzt auf einmal zu diesem Geldsegen? Komm ich gar nicht. Ich, sagen wir es mal so, ich habe sie zu einem sehr, sehr guten Preis schießen können, noch mit Verpackungen und allem Zubehör und so weiter. Das stimmt. Das ist halt generell, aber auch so das, das Geheimnis. Man muss halt einfach warten, bis sich jemand diese Figuren gekauft hat oder was auch immer man haben will, der sich das eigentlich überhaupt nicht leisten konnte und der dann schnell Geld braucht und dann muss man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Das Spannende ist, ich frage mich, ob ich sie vielleicht auch noch günstiger hätte haben können, aber es war ein Risiko und ich wollte es vermeiden, dass sie vielleicht dann woanders reingestellt werden oder ich halt keine Gelegenheit mehr habe, die zu kriegen und deswegen habe ich mir gedacht, also es war so, dass der Anbieter bei Ebay die reingestellt hat zum Bieten, konnte es aber auch einen Preis vorschlagen und ich habe das halt beobachtet und er hat sie wirklich, also normalerweise stellt man so einen Artikel, glaube ich, so für eine Woche oder zehn Tage rein, ich weiß es nicht und das war so für 24 Stunden drin. Ich dachte mir so, okay, das wird dann megamäßig abgehen, die werden sich tot bieten. Es hat keiner drauf geboten, keiner und dann ging die oder lief die Auktion aus und ich habe mir gedacht, okay, wieso will die denn keiner haben und dann wurde der Artikel nochmal reingestellt und sie wurden dann nochmal, glaube ich, um 10 oder 20 Euro heruntergesetzt und ich dachte mir, wieso will die denn keiner haben, habe mir die Bewertungen von dem Verkäufer angeguckt, das war alles tippitoppi und habe mir auch die Beschreibung von den Figuren durchgelesen, es gab tolle Bilder, wo man alles sehen konnte, alles bestens und keiner wollte diese Figur haben und ich dachte mir so, okay, das ist vielleicht eine Gelegenheit. Da habe ich es gemacht. Ja, ich, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, vielen Dank. Ich glaube, aber diese Meskos, viele Leute können die auch gar nicht so richtig einordnen, weil so populär sind die nicht. Ja, leider. Ich glaube, da wird dann nicht aktiv nachgesucht oder das sind eher so spezielle, ganz kleine Sammlerkreise. Die Blitzways, die sind mehr durch die Medien gegangen, die sind von mehr Leuten wahrgenommen worden, glaube ich. Die können auch, wenn man da irgendwie Fotos sieht, dann jetzt sind die Leute, die einigermaßen einzuordnen oder die Mattel-Großfiguren. Damals hatten wir die Meskos. Das war ja wirklich so, die sind vor Jahren angekündigt worden und jetzt, auch als ich die da neulich gekauft habe, da waren die gerade raus und waren ja bei den meisten Händen dann sofort schon wieder ausverkauft. Ja. Das heißt, die gab es nur ganz kurz und irgendwie sind die ohne große Wahrnehmung schon wieder verschwunden. Und ich glaube, da hat man dann irgendwie eher und wenn der normale Muggel da irgendwie über Ebay scrollt, schaut sich das kurz an und denkt sich, okay, das sind vielleicht einfach viel zu teure Actionfiguren. Da brauche ich überhaupt nicht draufklicken. Hat vielleicht doch die Mattel-Actionfiguren so im Sinn oder so. Anders kann ich mir das nicht. Aber man kann halt wirklich so schöne Sachen schießen. Ich will jetzt mal ein bisschen das Thema der Woche vorweg nehmen. Es gibt ja dieses Viererpack Stranger Things Ghostbusters-Figuren mit den vier Jungs in der Ghostbusters-Tracht von McFarlane Toys. Geile Firma, die super Figuren machen. Die vier Jungs sehen auch sehr, sehr gut aus. Und dieses Pack bekommt man, wir haben es ja auch bei Kuschelmuschel stehen sehen. Ja, genau. Und das Pack bekommt man so um die 90-100 Euro kostet es halt normalerweise. Und ich habe das eine Weile bei Ebay beobachtet. Da hat es jemand für 65 Euro drinstehen und du konntest trotzdem noch Preisvorschläge machen. Ich habe das erst mal auf Beobachten geklickt und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt mache ich mal einen richtig unverschämten Preisvorschlag. Muss er ja nicht annehmen. Wer wagt, gewinnt. Dann habe ich dem, glaube ich, irgendwas geschickt von wegen 40 Euro oder so. Okay. Und hat er aber abgelehnt. Das wundert mich. Und dann habe ich mir gedacht, naja, komm, ich habe viel Zeit. Vielleicht, wenn ich Glück habe, da habe ich mehr Zeit als er. Und, ähm, ja, mal schauen. Ich beobachte das Ding weiter und dann könnte ich mich so in den Hügel beißen. Jetzt habe ich neulich eine E-Mail bekommen. Ja, schade, ihr beobachtet, das Angebot ist verkauft worden für 45 Euro. Oh, verdammt. Ja. Und ich glaube, 45 Euro, das ist das Günstigste, für das diese Figuren jemals über den Ladentisch gingen. Ach, scheiße. Das ist ja wirklich für, für vier gute Figuren ist das kein, kein großer Preis. Nee, wirklich. Oh, nie wohl. Naja. Die fünf Euro hättest du noch mitbieten können. Ich wusste es ja nicht, dass die Schmerzgrenze, ich hätte mir auch schreiben können, hätte er schreiben können, wenn du noch fünf Euro drauflegst, dann mache ich alles. Weißt du, das finde ich übrigens eh bei vielen Anbietern so schade, die diese Preisvorschlagsoptionen mit drin haben. Du kannst ja, wenn du einen Preisvorschlag bekommst als Anbieter, kannst du ja einen Gegenvorschlag machen. Ich finde das völlig bescheuert, warum man einfach ablehnt. Man kann einfach sagen, hier, ich will das und das haben. Fertig, aus. Das ist richtig, ja. Das verstehe ich immer nicht. Das regt mich auch total auf jedes Mal. Ja, vor allem, wenn ich diesen Gegenvorschlag, diese Option anwähle, dann bin ich ja bereit eigentlich. Richtig. Dann kann man ja eben verhandeln. Also wo ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Ich kaufe auch aus Prinzipien, bei meiner Ebay-App ist das aber auch tatsächlich so eingestellt, wenn ich irgendwie was verkaufe, dass diese Vorschlagsoption automatisch eingestellt ist. Vielleicht war das in dem Fall auch so. Oder ist das so, wenn die Leute einfach ablehnen, dass sie das übersehen haben und sie müssen es manuell ausstellen. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Da kenne ich mich nicht so aus. Auf jeden Fall ist er auf einen anderen Preisvorschlag eingegangen. Der Kerl. Der Sack. Schöne Grüße an der Stelle, falls du das hörst. Ja, das ist bestimmt jetzt einer unserer größten Fans bis jetzt gewesen, bis du ihn Sack genannt hast. Richtig. Macht mir nichts. Entschuldigung. Das muss man auch mal abkönnen. Aber ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit, wenn jemand im Besitz dieses Päckchens ist, dieses Original verpackt mit den vier Stranger Things Figuren und die für 45 Euro abgeben würde, hier bin ich. Ich nehme sie. Ich habe danach, war ich sehr enttäuscht und habe direkt bei Ebay nochmal drüber geguckt und die anderen Angebote finden sie halt nur so ab 90 Euro. Das ist so das Höchste der Gefühle und so viel sind sie mir dann noch nicht wert. Ich glaube, es ist auch echt schwierig, die für den Preis, den du jetzt veranschlagt hast, im original verpackten Zustand zu finden, oder? Ja. Richtig. Das ist, wie gesagt, die sind, ich habe die nie gesehen für den Preis. Ja. Gut. Weißt du warum? Habe ich mir sonst noch was gekauft? Nein, ich bin über die Comic Con gelaufen, mehrmals, also man muss sich wirklich vorstellen, Comic Cons kann man auch Funko Pop Cons nennen, weil die Funko Pops sind überall, überall. Also das ist wirklich auf jeder Messe dasselbe. Du gehst auf die Messe, du hast 20, 25 Prozent Funko Pops und der Rest ist anderes Merchandise. Voll die Seuche, ey. Und ich wollte halt den Scary Library Ghost Oh, der ist super. Und auf der gesamten Messe habe ich den nicht gefunden. Ja, ich gehe auf die größte Comic Con in Deutschland und finde diesen Pop nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Leute, was ist da los? Ja, irgendwie die neuen Pops von Ghostbusters, die sind irgendwie rar gesät, habe ich so das Gefühl. Die Ghostbusters selbst habe ich öfter gesehen. Ja? Ja. Ich habe die irgendwie noch nirgends gesehen. Aber den Scary Library Ghost, genau dieses Funko Pop Set mit dem Diorama, wo Peter und Egon auf Slimer schießen. Ja, diese Ballroom-Scene. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, stimmt. Ja. Aber sonst habe ich mir nichts Neues gekauft. Also ich habe mir nichts Neues gekauft seitdem, also kann ich auch über nichts herziehen. Aber dann haben wir jetzt eine schöne Überleitung zu den News, würde ich sagen. Ja. Weil, erst mal kommt der Einspieler. Ja. Spectral Radio News. Hallo und herzlich willkommen bei den Spectral Radio News. Nach 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 einer Dreiviertelstunde sind wir bei den News angekommen. So muss das sein. Ja, wo wir gerade gesagt haben, wo wir gerade gesagt haben, Überleitung und kaufen. Du bist ja Riesenfan von Daher mit Select, habe ich gehört. Ach, ich wusste, dass das jetzt kommt. Ja, da kommen ja jetzt auch neue Figuren, nachdem wir letztes Mal noch oder vorletztes Mal darüber gesprochen haben, dass ja durchaus von Diamond Select angeteasert wurde, dass was Neues kommt. Darf ich mal kurz, ich muss da kurz was reinschmeißen. Kurz. Nämlich, ich habe doch vorhin von dem Vater und seinem Sohn geredet. Ja. Die immer zu mir kommen. Und der Sohn hat also, der kommt an den Stand und hat eine Diamond Select Figur von einem Marvel Charakter. Ja. Und was will ich da noch machen? Was will ich da noch machen? Das ist, das, ähm, Junge, ich habe dich echt gern, aber das ist so, als ob du, äh, zu Superman gehst, in die Festung der Einsamkeit und bringst Kryptonit mit. Das. Ich möchte mich von den Aussagen meines Kollegen distanzieren. Nein, ich freue mich ja immer, wenn die Leute Spaß an irgendwas haben. Das ist doch, das ist doch schön. Ach, hör doch auf. Das ist jetzt, nein, ich finde es auch schön, wenn die Leute an den Diamond Select Figuren Spaß haben. Ich habe ja auch den Real Ghostbusters Diamond Select Figuren Spaß, ich finde die auch gut. Aufzulügen. Ich finde die ganz toll. Du bist alt, du bist alt und verbittert. Ich mag die ja wirklich, nein. Aber es ist halt schade, dass ich die Real Ghostbusters Diamond Select Figuren, die ich richtig geil finde, nicht zu der Con mitnehmen konnte, zum Ausstellen, aus Angst, dass sie kaputt gehen könnten. Aber die Blitzways. Die habe ich ja nicht dabei gehabt. Die hast du nicht dabei gehabt? Nein, nein, nein. Die Blitzways hatte ich, hatte ich vor, vor anderthalb Jahren, hatte ich die mal dabei, und danach habe ich die ersetzt durch die Mattel-Großfiguren, die ich mir extra deswegen wiedergekauft hatte, weil um sie ist es nicht schade, die können auch mal runterfallen. Ich werde die Blitzways nicht dahin, ich stelle noch keine 1200-Euro-Figuren dahin, jetzt machen wir mal einen Punkt. Ja, ist ja gut, spann dich mal, Alter. Dude. Spann dich, Dude. Ja, Gevatter. Wo waren wir? Ja, genau, es kommt da was Neues raus. Von Diamant Select kommt ein neues Set raus, ein Boxset, das die Spectral Ghostbusters enthält, aus der Folge die vier wie wir. Ach, Recycling-Scheiße. Sag mal, bist du ja wohl ein Voll-Nerd, oder was? Ich finde es furchtbar. Ich finde das furchtbar. Das ist so ein lieblos... Ich war noch nicht fertig, Dimo. Entschuldige. Na, also. Ich bin jetzt still und lass dich erst mal reden. In der Box sind die Spectral Ghostbusters, ein, ja, transluzenter, glühender Terrorhund, wie er ja auch schon in einer der Real-Ghostbusters-Folgen zu sehen war, die ich jetzt vergessen habe. Naja. Und ein Stay Puft, nochmal, der aber diesmal böse guckt. Jetzt bist du. Also, meine lieben Freunde von Diamant Select. Erstens, wenn ihr einen Stay Puft da reinpackt, der muss höchstens noch liebevoller gucken, weil der in der Serie noch liebevoller geguckt hat als in der Serie und dann muss der auf Knopfdruck sowas sagen wie Hallo, Slimer. Oder sowas wie Das Phantom ist böse. Ich mag es nicht. Die Geisterjäger sind meine Freunde. So. Zweitens. Ich weiß, in der Serie gab es blaue Terrorhunde. Und das ist auch gut und schön. Warum soll es keine blauen Terrorhunde geben? Aber bitte nicht in so einem schrottigen, translusiven Plastik da. Das sah noch nie gut aus. Das wird auch nie gut aussehen. Außer bei der Slimer Diamond Select Figur. Danke. Bei der Slimer Funko Pop Figur. Nicht Diamond Select. Deswegen sieht es nämlich gut aus, weil es von Funko ist. Aber so halbdurchsichtige Action Figuren, das sah noch nie gut aus. Das sieht immer nach billigem Schund aus. Aber das macht ja nichts, ist es ja. In dem Fall auch. Oh, jetzt. Nein, ich finde halt einfach das Problem, das ich habe. Und nach wie vor. Das ist ja, was ich hier verkünde. Das ist ja nur meine Meinung. Und wie gesagt, ich kenne ganz viele Leute, die kaufen diese Diamond Select Figuren und freuen sich auch drüber. Aber mich ärgert es einfach, wenn ich anhand des Produktes sehe und merke, dass eine Mentalität seitens der Firma dahinter steht, die so sagt, ja, das brauchen wir nicht hochwertig produzieren. Denn es reicht, wenn wir Ramschhaus hauen, weil die Leute kaufen es eh. Und ich möchte, auf so eine Art und Weise möchte ich, als jemand, der ein bestimmtes Thema liebt, nicht behandelt werden. Und das ist mein Problem mit Diamond Select. Das Schlimmer als die schlechte Qualität der Figuren ist die Mentalität, die dahinter steckt. Dieses nicht geachtet werden. Weil das ist das allerletzte, oder das allererste, oder mindeste, was ich verlangen kann, als Kunde, dass ich geachtet werde dafür, dass ich die mit meinem Geld versorge. Und das ist doch wirklich so, oder? Ist das zu viel verlangt? Wow. Das ist so, was ich damals bei Mattel schon mir gedacht habe, als du wirklich das gemerkt hast, dass es dahinter steckt. Da hauen immer dieselben Figuren raus. Das sind aber, okay, die Kopfe sind immer anders. Okay, die vier Kerle, die haben alle eine andere Statur. Die sind alle verschieden aus. Das hat 30 Jahre vorher bei den Kennerfiguren schon hingehauen, die für kleine Kinder waren. Warum funktioniert das bei den Adult-Kollektor-Figuren 30 Jahre später nicht? Verstehe ich nicht. Das will mir nicht in den Kopf. Die einzige Begründung, damals Mattel, die haben das auch ausgesprochen, das kostet uns zu viel. Das heißt, diese Investition ist uns das nicht wert. Und das war ja auch egal. Wir haben es halt trotzdem gefressen. Das ist einfach so. Und bei Diamond Select genau derselbe Kram. Ich hatte eine Unterhaltung damals mit Diamond Select über Facebook. Damals sind die Real-Ghost-Busters-Figuren angekündigt worden. Und die haben ja auch die Körper der Filmfiguren, die vorher rausgegeben wurden. Und das heißt, der Namenspatch, wo Spengler und Venkman und so draufsteht auf der Uniform, ist ja noch drauf. Dann habe ich gesagt, naja, Recycling und Sparen gut und schön, das verstehe ich auch. Aber so ein Ding nochmal abzurubbeln, das kann ja nicht allzu schwer sein. Doch, 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 doch. Da ist völlig neue Form, ist da von Nöten. Und ich verstehe einfach nicht, warum für die eine Firma das unmöglich ist. Und andere Firmen wie Necker oder McFarlane Toys, die kriegen das durchaus hin. Und das ist dieselbe Käuferschaft. Auch die haben Ghostbusters Sachen rausgebracht. Und da ist das Fandom genauso groß. Also, will mir nicht in den Sinn. Aber ich sage halt immer, als Fan muss es mir auch zustehen, zu sagen hier, das finde ich nicht in Ordnung, weil ich möchte halt für meine Sache, für die ich mich begeister, dass das was Schönes angeboten wird. Ich will nicht abgespeist werden mit so einer Mentalität so. Pfff. Ja. Und bist du noch da? Ich bin noch da. Der Nieder ist sich so vergnügt an, wie Timo sich in Rage redet. Ich finde es nur lustig. Entschuldigung. Ja, und diese, ich finde es schade. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade, weil die Lizenz, gerade auch die Real Ghostbusters Lizenz, hat so viel Potenzial. Und warum landet das immer bei den Firmen, die uns abspeisen mit diesem billig produzierten Ramsch? Ach, naja, die Sache ist ja die, das haben wir auch schon mal irgendwann gesagt. Es gibt halt die Sachen, die, sage ich mal, für den schmalen Geldbeutel eben gedacht sind. Und da merkst du dann halt auch, qualitativ ist es eben nicht ganz so hochwertig. Und dann hast du eben wirklich die teuren Adults-Kollektorsachen. Und Diamant Select habe ich immer, ich meine, ich habe noch nie eine Figur davon in der Hand gehabt. Deswegen kann ich es halt qualitativ auch gar nicht beurteilen. Möchte ich mir auch nicht anmaßen. Das überlasse ich euch, die sich damit auskennen. Ja. Ich kann nur sagen, dass ich die halt optisch überhaupt nicht schön finde, weil mir diese ganzen vielen Gelenke eben zuwider sind und mir optisch die Figur halt kaputt machen. Irgendwie so. Und das sieht halt dann doch eher nach Actionfigur aus, aber das will es ja irgendwie nicht sein. Deswegen kann ich das nie so richtig einordnen. Für eine normale Actionfigur ist es dann schon wieder zu teuer, würde ich fast sagen. Weiß ich nicht, schwierig. Aber wenn man sich diese, diese, sag ich mal, hochwertigeren Sachen anguckt, da sind eigentlich doch tolle Produkte entstanden bisher, oder? Wenn ich mir Mesko und Blitzway angucke, die haben doch abgeliefert, oder? Ja, natürlich haben die abgeliefert. Und ich meine, da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Natürlich haben die irgendwie, die lassen sich besser bezahlen. Und also können die ein bestes Produkt. Aber nochmal über auf, ich überschlage mich, um nochmal auf die Stranger Things Jungs zu sprechen zu kommen, die normalerweise 100 Euro kosten. Ja, okay, das ist ein Viererpack, da zahle ich für eine Figur 25 Euro. Das ist ein Standardpreis für eine Adult-Collector-Actionfigur. Oder die damaligen Nika-Ghostbusters-Figuren, und die Terrorhunde und Gozer und Slimer, die haben damals, als die neu waren, 25, 30 Dollar gekostet. Das ist derselbe Preis, den die Diamond-Select-Figuren heute kosten. Da sind die Gelenke so eingearbeitet, dass sie nicht auffallen negativ. Die Figuren sind hochwertig. Da geht nichts kaputt. Die sehen schön aus. Und die sprechen dieselbe Käuferschaft an, dieselbe, die gleich große Käuferschaft. Ja, warum kriegen die das denn hin? Und da merkst du halt einfach, es ist eine andere Firma, mit einer anderen Einstellung dazu, und einer anderen Einstellung der Käuferschaft gegenüber. Ich muss auch sagen, McFarlane-Figuren, also da kann ich über die Qualität reden, weil ich auch schon McFarlane-Figuren in meinem Besitz habe, und auch schon früher mal gehabt habe. Die waren immer top. Und immer, also ich hatte ja welche, die waren eigentlich gar nicht zum Spielen gedacht, und ich habe als Kind mit denen gespielt, und die sind nie kaputt gegangen. Da ist nie irgendwas abgefallen oder sonst was. Also bei McFarlane, da weißt du echt, da bezahlst du halt auch einen gewissen Preis und mehr als nur für eine Actionfigur. Aber du kannst die auch genauso als Action-Spielfigur nehmen. Das finde ich total irre. Das sind halt Sachen, da habe ich dann, wenn ich, da werde ich mit den Maskos auch eher Probleme mit haben, dass ich die so sorglos behandeln kann. Da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Und die Blitzways genauso. Die nimmst du in die Hand wahrscheinlich, und denkst dir, uiuiui, wie viel Geld da drin steckt. Jetzt bloß, bloß nicht zu doll irgendwo anfassen oder so. Ja, das ist halt so ein bisschen schade. Bei den Maskos musst du aufpassen, wenn du die Packs aufziehst. Ja, ich weiß, ich habe schon gehört, die Straps, ne? Ja, da kann leicht was brechen. Da muss man ganz vorsichtig sein. Aber ja gut, ich meine, die sind halt auch nicht zum Spielen da. Aber trotzdem, ich meine, jetzt kommt halt, damals gab es von den Real Ghostbusters, gab es diese, diese Retro-Action-Figuren, die so auf 70er-Jahre-Style gemacht wurden. Diese Barbie-Püppchen. Ja, genau. Und da gab es von Peter, gab es auch eine Citizen-Ghost-Variante. Citizen-Ghost ist die Folge, aus der die grünen Geister-Variationen da herstammen. Die vier wie wir. Ja, richtig. Und damals haben wir uns auch alle gedacht, na ja, das ist jetzt Geldmacherei. Die Gussform ist fertig und hauen sie dann noch halt so einen raus. Und die haben das wirklich ausgeschafft. Die haben einen Real Ghostbusters-Peter rausgebracht, einen Citizen-Ghost-Peter, der die Filmuniform anhatte, weil die haben ja am Anfang, haben sie ja die Filmuniform, und ein Doppelgänger-Peter. Dreimal dieselbe Figur verkauft, war fertig. Die Leute fressen es. Ich wäre übrigens froh, wenn ich die hätte. Oh Gott. Deshalb war dieser schizophrene Widerspruch im Fan. Also ich muss ja sagen, ich finde die Spectral-Ghostbusters, die jetzt dann erscheinen werden in der Box von Dieter Himmands-Select, die finde ich gar nicht so schlecht. Die sehen schon cool aus, aber ich verstehe grundsätzlich dann deinen Punkt und kann den auch nachvollziehen. Natürlich sind die, ich finde die optisch auch schön, aber das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß halt, wieso die rauskommen. Und das stört mich dann schon. Und ich weiß, wieso die so aussehen. Man kann so ein bisschen Feinschliff betreiben, weißt du? Eine andere Firma hätte das gemacht. Nicht dieselben Köpfe verwenden. Warum lächelt der Spectral-Peter genauso wie der normale Peter. Oder der Ray. Ja. Der kleine russische Junge. Der kleine russische Junge. Ich muss immer an so einen kleinen russischen Buben denken, wenn ich da irgendwie die Kopfform sehe von dem Ray. Den finde ich auch am schlechtesten getroffen. Ich finde das übrigens schade, dass sie da nicht, also ich meine, die packen mehrere Hände dazu, aber man könnte doch auch mal so einen Wechselkopf mit dazu packen, und dass man einfach auch mal verschiedene Gesichtsausdrücke bei den Figuren nutzen kann. Das ist eigentlich inzwischen bei Figuren doch echt schon fast ein Standard, kann man sagen, oder? Ja, aber das machen die nicht, weil die Wechselhände sind eh fertig. Die konnten es bei allen Figuren der Serie durchbenutzen. Wahrscheinlich auch noch bei anderen Figuren aus anderen Serien. Und so ein Kopf muss ja speziell neu angefertigt werden. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch genug Negativität versprüht in Richtung Diamond Select. Da habe ich wieder einen ganzen Schleimfluss allein hochgezüchtet. Richtig. Der unter der Stadt fließt. Da brodelt was unter der Straße. Also nochmal abschließenderweise. Jedem, der sich über diese Figuren freut, dem sei es gegönnt. Und wenn ich noch einmal irgendwo höre oder lese, dass die Funkos oder Vinyl-Eidols der letzte Scheiß ist und diejenigen, die sich das kaufen, Idioten sind, dann raste ich aus. Von Leuten, die Diamond Select kaufen. Das musste ich jetzt auch nochmal kurz sagen. Damit wir sonst auch hier so richtig verkacken gerade mit den Leuten. Also nee, ich verkack mir das überhaupt nicht, weil das allerletzte, was ich dazu sage, ist, ich freue mich ja darauf, diese Spectre Ghostbusters in meine Vitrine zu stellen. Aber als ich letztens noch gesagt habe, du kaufst ja die sowieso. Du hast gesagt, nee, nee, die kaufen hier. Das ist doch kack, scheiß, drecks. Sau, kacke. Das bin aber ich. Das hat aber auch damit zu tun, wann du mich erwischst. Ich glaube, das ist auch so in dieser Konfort-Vorbereitungsphase. Oder ich war schon da. Und dann hast du sowieso so einen Hals, weil du gestresst bist und geht nicht mehr. Und dann reagierst du auf alles mit. Alter Grantel, du. Ja. Aber gut, ich muss die ja kaufen, weil die Leute haben doch einen irren Spaß, wenn sie mich beim Motzen hören. Und ich kann die doch nicht hängen lassen. Wenn die Figuren rauskommen und dann hole ich mir die und dann motze ich wieder drüber und dann... Wollt ihr Timo Motzen hören? Schreibt das in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Nein, ähm, wir haben nur noch ein paar News. Wir haben sowas von... Jetzt reden wir schon eine Stunde und sind immer noch nicht beim Thema der Woche angekommen. Ja, dann halt doch die Klappe jetzt. Ich wollte es doch gerade anbauen. Ich halte die Klappe. Ich halte die Klappe. Timo, wir haben, als du auf der Con warst, aber sowas von fette News bekommen. Wie immer. Und da dachte ich mir so, wow, coole Sache, denn es gibt wieder Casting-News zum neuen Film. Ich dachte mir, Jason, willst du mich eigentlich verarschen? Echt? Das ist wirklich so. Das ist unglaublich. Wann war das? Ich glaube, McKenna Grace oder so. Da war ich gerade bei meinen Schwiegereltern in Späh. Ich wasche mir gerade so die Haare und sollte dann zum Essen kommen und so. Und mein Handy, piep. Oh, cool. McKenna Grace oder es war Carrie Coon. Ich weiß nicht, eine von beiden. Und ich denke so, ah, nein, ich muss einen Artikel schreiben. Oh, nein, das ist jetzt gerade der blödeste Moment überhaupt. Und jetzt ist das schon wieder so. Also, wenn ich provozieren will, dass die Casting-News schlecht hinkommt, dann muss ich mich einfach nur in irgendeine Situation begeben, wo es unmöglich ist, einen Artikel aufzusetzen. Das ist ja eben so der Fluch desjenigen, der eine News-Seite hat. Ach, du musst ja dann sofort reagieren. Richtig. Timo, das ist leider so. Ja. Dein Fluch. Nee, Paul Rudd ist in Ghostbusters 3 mit am Start. Yeah, Paul Rudd. Paul Rudd, Ant-Man. Leute, Ant-Man. Ja, aber das habe ich mir dann aussagen lassen. Du bist ja auch der größte Fan von Marvel, den man je erlebt hat. Das war die geilste Situation. Wir waren in unserer Unterkunft. Das war am Donnerstagabend. Und Paul Rudd hat dieses Video hochgeladen von sich vor der Feuerwache. Das war super. Das Video war cool, war auch lustig, wo er da so erzählt, ja, ich habe gehört, Jason macht da einen neuen Film und dann habe ich ihn angerufen, bla, bla, bla. Habt ihr sicher alle gesehen, das Video mittlerweile. Ist ja auch schon old stuff, wenn ihr das jetzt hier hört. Ja. Und ich denke mir so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich schreibe halt so meiner Freundin, weil meine Freundin kann halt auch Artikel aufsetzen. Hey, hast du schon gehört? Paul Rudd in Ghostbusters 3 und so. Und sie, yeah, yeah, cool. Und ich so, na, dann schreib doch mal einen Artikel. Und sie so, ja, geht gerade nicht. Schreib du doch, du hast doch die App auf dem Smartphone. Und ich so, ja, aber die Artikel, die ich darüber schreiben kann, sind nicht so schön. Ja, und ich musste dann irgendwie so, mir war es aus der, also ich musste es ja dann machen. Ich habe dann was geschrieben, habe es online gestellt und laufe dann so in die S-Ecke, wo die anderen sitzen, die auch schon dort waren für die Con. Und auch die haben schon, sind schon über das Video gestorben, haben sich das gerade angeguckt und wir haben uns dann unterhalten. Hey, guck mal, Paul Rudd, total cool. Und ich frage dann so in die Runde, wer ist eigentlich Paul Rudd? Weißt du, so total begeistert. Der Name hat mir was gesagt. Aber ich konnte es nicht einordnen. Du Experte. Ich habe, ich habe beide Ant-Man-Filme gesehen. Aber soll ich dir ein Geheimnis verraten? Verraten. Also ich habe ja auch den ersten Ant-Man gesehen. Ja. Und natürlich auch Endgame. Und dann kamen die News und ich so zu meiner Frau, ach guck mal, Paul Rudd ist in Ghost Busters 3 dabei. Und sie, wer? Ja, exakt. Und ich nur, ne, Paul Rudd und sie, wo, woher kennt, kennt man den ja nicht so nah aus? Ähm, warte mal. Und habe es dann gegoogelt und dachte mir, natürlich, Ant-Man. Mein Gott. Aus Ant-Man und Endgame. Endgame, finde ich auch schön. Ja. Sehr geil, ja. Genau, da hat er geschnipst und alle Ameisen der Welt sind gestorben. Ja, alle Ends sind nach, sind zu Sauron gewesen. Ach bitte, jetzt Billigen der Herr der Ringe Witze hier. Das ist ein Ghostbusters Podcast, ich bitte dich. Da, 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 da. Okay. Ich werde jetzt hier mal einen Pfeifenkraut genießen. Bei mir war es eher so, 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 so. Oh, ich bin aufgedreht und weil Paul Rudd, das ist ein berühmter Name, den habe ich schon mal irgendwo stehen sehen. und im Nachhinein konnte ich ihn sogar einordnen das war mir ganz wichtig, ich habe ja einen Film von ihm gesehen, wo ich ihn super fand und zwar beim ersten Mal, das ist ein Film mit Seth Rogen Ich glaube wir haben irgendwann mal über den Film gesprochen kurz, das mag sein das ist auch der Film, wo Harold Ramis den Vater des Protagonisten gespielt hat Siehste, da haben wir wieder eine Connection, was passt das Connection? Also das passt schon irgendwie zusammen und da geht es darum, dass die Hauptperson also Seth Rogen halt irgendwie mit Catherine Heigl, so heißt die Schauspielerin, die haben halt irgendwie ein Techtel Mechtel so abends nach der Party und dann ist sie halt schwanger und sie müssen sich irgendwie zusammenraufen und so und das ist die Komödie halt und Paul Rudd ist quasi dann sein, der der Schwager ins B und der spielt ja hervorragend total sympathisch, total witzig also ja also Paul Rudd ist super und der passt da glaube ich auch voll rein also der kann der kann ernst spielen und der kann aber auch auch gut improvisieren also ich finde das das passt zu dem Spirit von Ghostbusters total dazu ja ich bin da immer so ein bisschen auf der einen Seite habe ich mir gedacht okay ja ist jetzt so eine offensichtliche Entscheidung sage ich jetzt mal ich wäre wahrscheinlich von mir aus nie da drauf gekommen den zu besetzen aber in dem Fall sehe ich es eher als als praktisch an positiv praktisch als als Schachzug weil wenn du einen Marvel einen populären Marvel Schauspieler da unterbringst dann hast du natürlich gleich wieder ein paar Leute mehr die du ins Kino ziehst ja das na gut das auf jeden Fall aber haben wir auch schon oft genug gesagt Jason Reitman besetzt ja nun mal auch nicht nach nach Bekanntheitsgrad sondern vielleicht ist spielt das auch mit rein aber wenn er nicht 100% in die Rolle passen würde würde er den nicht nehmen ich glaube dass dass Paul Rudd diese eine Ausnahme ist wo der Reitman sich gesagt hat okay ähm ist es ja auch ich muss es auch verkaufen halt und dann wenn ich den da noch reinbringe ist eher praktisch man muss aber auch sagen dass Jason Reitman ja auch bisher nie so riesen Blockbuster gemacht hat und er auch selber bevor er den Ghostbusters Film geschrieben hat ja gesagt hat oder selber gedacht hat er hat halt immer so dieses diesen Independent Status und dem wird er immer beibehalten mit seinen Filmen ich glaube nicht dass er den jetzt aus aus Knetegründen genommen hat und gesagt hat ja ich muss den Film noch irgendwie äh hier äh verkaufen wir müssen noch mehr Menschen sehen das kann ich mir nicht vorstellen also ich glaube schon dass der in die Rolle passt also ja das das glaube ich auf jeden Fall auch aber ich denke es ist äh es ist beides ein bisschen du bist heute so ein bisschen ich finde das nichts Negatives ich finde das eine Entscheidung die ich genauso getroffen hätte Timo du bist ja auch alt und verbittert ich bin überhaupt nicht alt und ich bin ich bin überhaupt nicht alt ich bin ähm ähm auch wenig verbittert ähm wenig ne ich finde ich finde aber auch ich finde es aber auch nicht schlimm wenn man äh ähm Entscheidung mit Kalkül trifft also das ist im Grunde genommen ist es ein Produkt das ich verkaufen muss und da braucht man nicht naiv sein ja was heißt naiv wenn ich wenn ich dann jemand äh besetze weil der einen gewissen Namen mitbringt und eine gewisse Popularität und dann halt noch irgendwie bei Marvel mitspielt dann ist das ein guter Schachzug und darüber hinaus wenn der dann halt auch noch passt dann ist es perfekt und das ist das ist halt in dem Fall so ja aber wenn es um bekannte Namen ginge dann hätte er das bei Finn Wohlfahrt belassen können und das hätte gereicht also werden schon genug Leute wegen dem ins Kino rennen also aber so kannst du die Stranger Things Leute mitnehmen und die anderen Leute ach Timo ich möchte diesen Podcast heute nicht mit dir machen aber es ist doch was Positives was ich also ich meine das alles positiv weiß ich nicht ich habe das Gefühl von dir kommen heute so ein bisschen so Vibes rüber ne ganz im Gegenteil also tatsächlich ist das bin ich beeindruckt und ich finde das ist genau die richtige Entscheidung die da getroffen wurde na gut dann sind wir ja der gleichen Meinung ja Paul Russ liebe Leute soll einen Lehrer spielen also gab es zumindest das Gerücht ist das irgendwie offiziell oder die Variety will das herausgefunden haben das ist eine Zeitung die eigentlich keinen Schwachsinn erzählt ich wollte gerade sagen Variety 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 hat ja bisher sehr oft doch richtig gelegen was die News und Gerüchte zum Filmen anging und das ist eine seriöse Branchenzeitung also die sind wirklich wenn die was schreiben dann hat das eigentlich Hand und Fuß ja okay ja wobei in dem also in dem Fall heißt das ja wirklich ein Insider hat uns geflüstert das kann ja natürlich immer noch aber ich denke schon dass das stimmt es würde ja auch Sinn machen im Rahmen einer Geschichte die Jugendliche als Hauptperson mit hat ich finde es aber wieder total spannend dass jetzt diese ganzen Fanarts im Netz aufgetaucht sind den Paul Rudd in Ghostbusters Uniform mit Protonenpack zu sehen ist und ich denke mir so Leute das lustige ist dass einmal saß Paul Rudds Kopf auf dem Körper von meinem Kumpel Pascal ja das fand ich auch geil das Bild schon das zweite Mal dass sein Bild genommen wurde einmal hat man den Kopf von Marty McFly drauf gebastelt und er kriegt nie Credits dafür diese Bilder tauchen einfach im Internet auf und das ist jetzt schon das zweite Mal spricht aber für das ursprüngliche Bild das ist schön fotografiert richtig liebe Grüße an dieser Stelle Pascal und du hast halt den Body dafür ja das ist natürlich ja aber deswegen bin ich ganz froh dass die kreativen Leute den Film machen und nicht diejenigen die dann irgendwie diese schnellen Schlüssel ziehen weil das heißt natürlich überhaupt nicht bloß weil derjenige im Film nun ist heißt das nicht dass er derjenige ist der ein Ghostbuster wird ja aber er ist ja der Erwachsene wer soll denn sonst in Uniform mit Packs rum die Kinder das geht doch nicht das sind doch Kinder vielleicht wird er ja auch einer davon das weiß man ja alles nicht kann ja sein dass die Leute Recht haben aber ich weiß nicht ich bin inzwischen müde Theorien zu spinnen muss ich sagen das hat mir in den letzten Wochen alles total viel Spaß gemacht und inzwischen weiß ich nicht ich bin jetzt gerade so auf so einem Stand wo ich mich gerne überraschen lassen würde muss ich sagen ja ich mag Theorien aber nicht wer dann Ghostbuster sein könnte und wer nicht weil das finde ich irgendwie da ist wirklich alles möglich und alles unmöglich es ist ja auch überhaupt noch nicht mal gesagt dass wir überhaupt irgendjemanden in voller Montur als Team oder so sehen werden kann ja auch sein dass einfach irgendwer zwischendurch mal ein Protonenpack benutzen muss und keine Ahnung das ist das werden wir sehen das werden wir sehen na gut ja dann gibt es aber noch eine News zum Film ja welche von beiden meinst du jetzt naja im Prinzip können wir das ja in einem abhaken oder also Stichwort Jenna Ortega und die Jenna Ortega ich freue mich den ganzen Abend schon Jenna Ortega oder wie sie in dem angehefteten Tweet auf ihrem auf Twitter schreibt Jenna ist nicht kurz für Jennifer ja ich heiße schon Jenna ich will ernst genommen werden ich bin eine ernste Künstlerin richtig ist sie Jenna Ortega wird ja aufmerksam Zuhörern dieses Podcasts schon mal vorgekommen sein denn es gab ja schon mal ein Gerücht dass sie dabei sein soll ja also eigentlich ist es auch immer noch dieses Gerücht ich habe nur darauf aufgebaut ich habe so persönliche Schlüsse gezogen ja aber es hat ja schon einen gewissen Bezug zu dem zu diesem neuen zu den neuen News ja dann erzählen wir erst mal das neue und erzählen dann warum wir noch uns an Jenna Ortega erinnern okay und zwar sucht Jason Reitman gerade nach einer Schauspielerin also eine 70 bis 90 jährige Frau die in einem Drive-In Restaurant beschäftigt sein soll und sie soll eine gewitzte ambivalente Haltung haben und sie soll Rollschuhe Erfahrungen mitbringen und sie wird wohl Roller Granny genannt in der in dem Casting Aufruf welche Internetseite hast du gerade auf das sage ich nicht nee sagst du nicht ich habe natürlich die Seite Ghostbusters minusdeutschland .de aufgeschlagen geil hier warte mal hier hast du ja 10 Euro danke die Bitcoins sind gespeichert oh Gott ja ja es ist ja nicht so dass ich das alles im Kopf habe Herrgott ich habe auch noch ein Leben und ein Beruf hallo Entschuldigung Leben und Beruf wer braucht denn das ähm nein ich zum Leben es ist so faszinierend ähm denn dieses als ich es gepostet hatte ist das Ding schon ein paar Tage alt gewesen ähm mit der Roller Granny und es ist halt einfach untergegangen und keiner ist drauf aufmerksam geworden warum weil Ant-Man gesagt hat hey ich bin auch dabei und haben sich halt alle darauf gestürzt und es war halt wirklich so ein Artikel ähm und ich habe ja auch Glück gehabt ich bin halt irgendwie durchs Internet gescrollt und ich glaube bei Twitter irgendwie und jemand hat gesagt hey alle reden nur über Ant-Man aber das hat keiner bemerkt und ging mir auch so und dann habe ich drauf aufgeklickt und habe das dann gefunden und ja ja ich finde es äh also ich finde es witzig grundsätzlich aber ich kann mir darunter auch noch so gar nichts vorstellen was für eine Rolle das spielen wird ich denke das ist nichts großes das ist einfach so eine witzige Nebenfigur die vielleicht mal durchs Bild fährt und dann ich fand es übrigens spannend dass viele Newsseiten dann ähm daraus gemacht haben dass sie ein Geist sein sollen das finde ich woher kommt das weil das ist das ist in der Beschreibung in dem Text steht das nicht drin also wie wie darauf aufgebaut wird ja die muss ein Geist sein so verstehe ich nicht ja das ist wieder so der einfachste Weg den man geht genau wie das Paul Rudd ist dabei er ist ein Ghostbuster ja das ähm 70 bis 90 jährige Frau die äh da Roller Skate fährt oder Rollschuhe fährt kann ja nicht sein da muss ja ein Geist sein ne ist viel witziger wäre viel witziger wenn sie keiner wäre und wenn die da halt einfach nochmal ihr Rente aufbessert ja wahrscheinlich oder sie stirbt in dem Film und wird dann zum Geist das weiß man nicht das könnte ich mir auch vorstellen ja wenn sie schon bald ist ja dass sie irgendwann stirbt und dann am Ende durch als Geist und dann irgendwie da sagt man ach da ist er wieder haha genau unser freundlicher Drive-In-Geist ja unser freundlicher Drive-In-Geist Drive-In ist ein gutes Stichwort weil das passt ja tatsächlich so ein bisschen zu diesem Jenna-Ortega-Gericht weil da hieß es ja auch irgendwie dass sie ähm irgendwie Kellnerin in diesem Drive-In sein soll und sich dann ja mit dem Finn-Wolfhardt-Charakter anfreundet richtig also das da hab ich halt ein bisschen aufgehorcht das ist halt ein großer Zufall gewesen also erstmal ähm was auffällig ist dass Jenna-Ortega also was da auf die Ortega Ortega ähm alles liked was Finn-Wolfhardt oder die kleine McKenna-Grace posten und auch andersrum ich weiß nicht ob das damit zu tun hat kann damit zu tun haben vielleicht liken junge Hollywood aufstehende Stars auch gegenseitig prinzipiell alles weil sie irgendwann miteinander arbeiten könnten weiß ich nicht aber es fällt einem halt auf ähm und dann war es halt wirklich dieses dieses Gerücht dass die damals äh dass geschrieben stand dass sie auch in einem Drive-In arbeiten könnte und dieses Drive-In ist jetzt wieder aufgetaucht in einem anderen Zusammenhang und dann wird das da verdichtet sich das halt ein bisschen ja und dann äh wie gesagt ich folge ja allen potenziellen Kandidaten für den Film ist mir irgendwann mal ein Video auf Instagram aufgefallen das Jenna Ortega gepostet hat wie sie irgendwie ähm zugekleistert wird und eine eine Prothese erstellt wird von ihrem Gesicht und Kopf das war jetzt neulich ne Datum steht hier nicht dabei muss ich wahrscheinlich draufklicken mach ich jetzt aber nicht das ist ja vor vor zwei drei Wochen gewesen hast du da eine Theorie zu nein sowas macht man ja äh eigentlich für Filme für Effektfilme das kann natürlich auch sein dass es für irgendein Musikvideo ist ich weiß es nicht da stand nichts bei ich scrollte mich mal so durch die Kommentare und tatsächlich haben ein paar Leute drunter geschrieben hey ist das für Ghostbusters wir haben gehört du bist in Ghostbusters aber ähm äh sie hat verpasst darauf eine Antwort zu geben mal gucken also bin gespannt also kann man jetzt nicht so viel zu sagen ich hab da tatsächlich auch wirklich wie gesagt gar keine Theorien momentan aber ähm was ich sagen kann ist also ich fände das tatsächlich ganz spannend wenn so ein Drive-In tatsächlich mal so sag ich mal Dreh und Angelpunkt in einem Ghostbusters Film werden würde wo es dann vielleicht auch spukt oder vielleicht ist das auch der Ursprung von irgendwelchen Aktivitäten ich weiß es nicht also fände ich aber mal ganz cool weil ein riesen Gebäude wo es spukt hatten wir schon ein Museum hatten wir schon und warum soll es jetzt nicht mal ein kleines Drive-In Lokal sein das warum nicht also so ein schnellen Biss als Hort des Übersinnlichen geht schon also ich kann mich an so eine Buffy-Folge erinnern da war übrigens auch eine uralte Verkäuferin Fastfood-Verkäuferin und die war glaube ich der Dämon ja stimmt genau das war auch eine lustige Folge wo ich glaube das Fleisch überhaupt kein Fleisch war sondern Gemüse und das war so egal für zu weit war das Fleisch nicht Menschenfleisch? ne das war die Theorie ach stimmt stimmt genau das war die Theorie stimmt das haben wir vermutet der lustige Turn war dann irgendwie dass es eigentlich Gemüse ist nur eine Wahrheit in der wir Veganer jetzt alle leben ja ich bin gespannt ja das kann natürlich alles sein und dann hast du die Rollschuh-Oma und die Jenny Ortega mit ihrer Prothese vielleicht wird sie irgendwann besessen und so und dann machen sie so 80er Jahre ja das könnte sein weißt du das wurde ja damals alles wir haben ja schon wir haben ja schon festgestellt da war es wieder dass das sehr oldschoolig umgesetzt wird auch von den Effekten her und das könnte dann so sein wenn wir uns zurück erinnern an so Sachen wie im Erkenwerwolf wo so Transformationssequenzen halt auch alle so animatronisch mit Prothesen und so und auch alles gemacht wurde sehr schön mich juckt es im Ohr ekelhaft danke für die Information ja das das sollten jetzt alle wissen danke Tivo kein Problem ach ich war doch eh gerade hier ja ach mein Gott ich fütter dich auch immer noch an weißt du das gibt es doch gar nicht ich bin sehr lernresistent merke ich gerade das ist richtig ja das ist haben wir noch irgendwas an News was war du hast gerade gesagt ich bin sehr lernresistent ich habe gesagt das ist richtig ja bin ein Arschloch das ist richtig auch richtig ach Tivo weißt du ganz im Ernst ich hab dich gern ich hab dich auch gern danke sonst würde ich das gar nicht machen siehste ich auch nicht na so jetzt genug geschleimt ja komm haben wir noch News oder äh haben wir noch News ich weiß ich wüsste nichts mehr doch eine Sache die in den letzten Tagen aufgetaucht ist die aber glaube ich auch noch nicht richtig bestätigt ist und zwar wurde ja ich bin noch dabei Mensch und zwar Ghostbusters The Video Game Remastered bekommt einen physischen Release was du dir ja gewünscht hast ja aber 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 es ist noch nicht hundertprozentig bestätigt aber es könnte sein dass das nur GameStop exclusive wird fände ich ziemlich bescheuert ich finde es auch schade weil ich ich habe das jetzt nicht ich hatte ja die letzten Tage nicht so viel Zeit da habe ich das nicht weiter verfolgt aber da könnte ich mir auch vorstellen dass das nur GameStop USA exclusive ist das kann natürlich auch sein also da haben wir noch nicht mehr Meldungen ich glaube heute ist das Cover aufgetaucht genau das war ja eigentlich auch das bekannte Motiv schon also eigentlich das alte Motiv wo man nur den Background ein bisschen verändert hat und halt der der Stay Puft Marshmallow man im Hintergrund noch zu sehen ist cooles Motiv ja finde ich fast so schön wie das alte auch nur fast nur fast ja ist ja im Grunde genommen ist es ja dasselbe also ja im Grunde genommen schon klar ja gut Timo dann lassen wir uns überraschen bist du bereit mit mir ins Upside Down zu entspannen ja nach anderthalb Stunden kommen wir eben Thema der Woche an ich weiß nicht was du meinst aber hier kommt das Thema der Woche Spectral Radio Thema der Woche liebe Leute ja there is something stranger in the neighborhood ja Leute Stranger Things TH hast du gerade versucht das so wie das denn zu sagen oder er ist so goldig aber es verwechst sich leider ein bisschen die Süßigkeit soll ich dir was sagen erzähl ich finde die deutsche Synchronfassung unausstehlich das ist mir heute wieder bewusst geworden ja ich habe als Vorbereitung die Ghostbusters Folge gesehen du hast ja auch die Folge davor und danach gesehen richtig und da ist mir das wieder aufgefallen tatsächlich ja also ich freue mich enorm auf die dritte Staffel ich bin sehr sehr gespannt ich bin ja Stranger Things Fan du ja nicht so nee aber deswegen also würden wir heute Abend nicht diesen Podcast aufnehmen dann würden meine Freundin und ich das heute Abend durchsuchten na toll gut ich würde sagen wir brechen an dieser Stelle ab wir hören uns beim nächsten Mal nein da muss sie durch ich habe sie auch ich habe sie auch verboten das vorher schon zu gucken ja das guckt man aber auch zusammen also ich du hast es ja schon gesagt ich bin kein Fan davon aber ich ich kann es gucken also ich finde es ist eine gute Serie aber für mich hat sich der Hype nie erschlossen muss ich sagen also sie ist gut geschrieben gut gespielt aber weiß ich nicht also ich ich finde es wird ein bisschen zu sehr gehypt aber das ist halt immer auch eine Geschmackssache keine Ahnung ja das wird wohl gehypt also das hat ja so ein bisschen diesen diesen neuen 80er Jahre Kult mitbegründet das appelliert an so eine Sintimentalität die wir in uns tragen so nach nach früher nach ja vielleicht muss man muss man die Zeit aber auch miterlebt haben aktiv um das um das so zu spüren in der Serie weil ich bin ja nun mal so spät geboren dass ich das nicht mehr mitbekommen habe ich bin ja 86 80er Baujahr und dementsprechend habe ich das nicht aktiv erlebt die Zeit und deswegen holt mich das vielleicht auch nicht so ab ja man muss man muss differenzieren also die 80er Jahre die wir in Deutschland erlebt haben waren ja auch noch mal anders als das stimmt was in den USA aber diese diese Welt wie sie da dargestellt wird oder wiederholt wird ist ja auch die die wir aus Filmen der 80er kennen das hat dieses diesen diesen Goonies Appeal ähm oder es gab halt so viele Filme in den 80er Jahren die sich mit irgendwelchen jugendlichen Klicken und Kinderklicken beschäftigt haben die irgendein Abenteuer erleben und ähm das das ist ganz stark in diese Richtung und dann zu dieser diese Synthi Musik dieser Vorspann Musik und ähm ich wünschte dass die dass die Bildsprache an sich halt noch ein bisschen mehr 80er Jahre mäßig wäre aber das ist auch eher ähm Meckern auf hohem Niveau ja also ich ich finde es grundsätzlich spürt man halt schon auch die die Liebe zu dieser zu dieser Zeit ähm weil du hast das ja in dem in dem Vorspann das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen VHS Tape mäßig gemacht mit diesem Krissel Bild man hatte mal diese kleinen Fleckchen auf dem Bild und so und ähm das finde ich schon schön und auch diese Titel Einblendung der Folge dieses Chapter One und so weiter das sieht total schön aus und das weckt auch wirklich Erinnerungen an so alte VHS-Kassetten aus den 80ern aber ja weiß ich nicht also ich finde es ansonsten merkt man halt schon dass es eine moderne Serie ist weil es halt schon sehr modern geschrieben ist darüber hinaus ja auf jeden Fall ähm ja das ist jetzt wollte gerade noch irgendwas sagen das ist mir jetzt aber entfallen na toll weil ich dir wieder das Wort gestammelt du hast ja bei Netflix hast ja diese diese Möglichkeit den Vorspann zu überspringen ja leider ja leider ich finde es auch eine Unart eine Unsitte das ist wirklich so für diese Neugeneration die halt wirklich keine 30 Sekunden dann irgendwie aushält ohne dass was Neues passiert das ist wirklich was man kann sich auf gar nichts mehr einlassen habe ich manchmal das Gefühl ganz ganz junge Leute also es gibt sich ja auch ähm Leute unter euch die die da anders sind aber ich finde es immer schade weil Film und Serien das ist eine Kunstform ja da muss man da muss man sich drauf einlassen oder eben es bleiben lassen genau aber ich gehe halt auch nicht in ein Museum um mir Bilder anzugucken Gemälde und renne dann da durch ja das das gut das macht man vielleicht mit wenn man Schulausflug hat und kein Interesse dran und da gezwungen wird aber wenn ich mich da hinsetze was gucken will dann lasse ich doch drauf ein wirklich ja eigentlich schon das ist so schön und gerade das ist ja wirklich ein kurzer Vorspann der nicht wehtun der hat auch so viel das ist so schön und dieses Zündiglinge wunderschön ich mag das auch dieser auch dieser Schriftzug und so das ist alles geil also es hat schon so eine gewisse Magie die da drin steckt ja absolut nee und bei Stranger Things was mich so fasziniert ist das ist so ähnlich wie ich weiß gar nicht wie ich das ausdrücken muss das ist eine Verfilmung ähm unserer Kindheit wie wir sie gespielt haben wenn ich mit Kindern rausgegangen bin mit anderen Kindern die auch viel Fantasie hatten ich war ja ein Kind das unglaublich viel Fantasie hatte und ich konnte mir das auch alles ich war nie nüchtern in dem Sinn dass ich gesagt habe das ist die rationale Welt und so und darüber hinaus gibt es nichts ja wenn du als Kind irgendwie da ich kann mich zum Beispiel daran erinnern wenn ich auf dem Weg zur Schule war dann bin ich halt immer ich bin gerne so kleine Umwege gegangen wo nicht viele Menschen waren ich war immer schon gerne für mich und hab so in der Atmosphäre geschmelzt sag ich jetzt mal und dann kam ich immer an so einem Grundstück vorbei morgens und das war total vernebelt und da war so ein großer Baum der irgendwie da irgendwie so drüber lag und der so ein bisschen aussah wie ein Ungeheuer und das war wie so ein Übergang in so eine andere Dimension so ein bisschen vielleicht wie diese diese Parallelwelt in Stranger Things wo dann immer dieses Geflirre dann halt auch in der Luft hängt dieses Konfetti da und ich weiß nicht manchmal war ich mit anderen Kindern unterwegs die halt auch viel Fantasie hatten und dann haben wir halt wirklich Abenteuer erlebt die für uns echt waren wo wir echte Gefahren zu bestehen hatten wo man nie so richtig sicher war das was wir uns da gerade ausdenken ist das ist da vielleicht wirklich was dran ist vielleicht hier hinter dem Hügel da wirklich ein Übergang in eine andere Welt leben hier wirklich andere wenn es hier dunkel wird hinter dem Busch dort leben da wirklich andere Wesen die irgendwo herkommen und ich finde Stranger Things ist eine Verfilmung meiner Kinderfantasie ja irgendwie schon und das das gefällt mir total deswegen ich hoffe dass die neue Staffel das nun irgendwie aufrecht erhalten kann weil es ja faszinierend wie schnell diese Kinder größer und größer werden ja ich war auch echt baff als ich die ersten Bilder und die Trailer gesehen hab wie schnell die erwachsen geworden sind also wie erwachsen die jetzt aussehen wenn ich mir dann vorstelle Finn Wolf hat dann nächstes Jahr in Ghostbusters zu sehen dann Wahnsinn ja vor allem ist der ja dann nochmal älter als er jetzt in der neuen Staffel sein wird weil die Staffel die haben sie ja letztes Jahr abgedreht man macht sich das ja auch gar nicht bewusst also die fangen jetzt an den neuen Ghostbusters Film zu drehen und der kommt dann ein Jahr später ins Kino die neue Staffel Stranger Things kommt jetzt ist jetzt bei Netflix abrufbar aber gedreht wurde sie letztes Jahr ja die Kinder wachsen schnell in dem Alter das stimmt ja aber ich bin gespannt ich finde auch in der Serie ganz schön dieses eigentlich greift das ja auch so ein bisschen dieses Konzept von Geschichten wie Stephen Kings S auf und so diese Kinder Bande diese Freunde und die dann halt diese sich diesen Düsteren da stellen müssen und ich finde das total schön weil das sind starke Figuren die gut geschrieben sind die werden gut gespielt von den Kids also wirklich hervorragend also in so jungen Jahren schon so gut darstellen zu können finde ich immer wieder beeindruckend und ja ich finde das ist eigentlich das was mich so an der Serie tatsächlich mit am meisten begeistert ich finde eigentlich dieses Konzept mit dem mit dem Upside Down das ist finde ich eine schöne wie du schon sagst eine schöne Metapher von dem von dem Kind sein von früher wie man sich als Kind so in so so eine Welt reingedacht hat aber das ist nicht das was mich an der Serie so begeistert also da würde ich dann doch eher wirklich wirklich die die Figuren nehmen weil die wirklich alle spannend sind und gut geschrieben sind ich finde es gibt ein paar Klischee Figuren wie den 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 Polizisten ja aber auch den mag ich ich mag den Typ der Schauspieler der ist auch total sympathisch aber ist halt schon dieser Klischee Polizist so ein bisschen finde ich wobei das ja auch dazugehört das gehört ja zum Liefern dazu wenn ich so eine 80er Jahre Serie ich meine die Leute wollen sich ja darin wiederfinden die wollen ja diese bekannten Elemente das muss irgendwie passen es fehlt eigentlich nur noch sein Vorgesetzter der ihn immer anbrüllt weil er sich irgendwelche Freiheiten nimmt irgendwie schon ich dachte auch der tritt jeden Moment auf in der Serie aber ich warte bis heute drauf vielleicht in der neuen Staffel mal gucken ja mal schauen ich bin ich bin sehr gespannt ja also ich mag es total ich mag die die Schauspieler und ja das ist wirklich das Film fehlt mir gerade wieder so ein was auch ein Film war der der so ein bisschen an dieses 80er Jahre Kinder erleben was Prinzip angedrückt war Monster House ja der hat damals schon irgendwie da dran und das ist ja auch einer der Autoren von Ghostbusters 3 jetzt Gil Keenan ja stimmt der das geschrieben hat ich finde ja also ich mag die 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 Rollen total die die Kinder spielen ich mag die Schauspieler nicht sehr ne die sind mir unsympathisch muss ich sagen das sind so ich weiß nicht ob du das kennst manchmal nimmt man Schauspieler Kinder so wahr als sie selbst hinter den Kulissen Aufnahmen und Interviews und so und das sind dann meistens die verhalten die sich nicht natürlich wie wie echte Kinder sich verhalten würden sondern die die wirken irgendwie älter und irgendwie ach das finde ich immer schwierig das ist aber glaube ich generell ein Problem wenn du wenn du eine Geschichte hast die halt ein Erwachsener schreibt weil der sich ja wieder in die Sicht eines Kindes hineinversetzen muss und ich glaube ich meine aber die Person selbst selbst wenn die Interviews geben zum Beispiel ach so okay wenn sie die Texte wiedergeben ach so ne ne ich ich meine tatsächlich den Noah Snap so heißt der der verloren gegangen ist da in der ersten Staffel oder den ja leider auch ein bisschen Finn Wolfhard bei mir ist es zum Glück so dass ich dass ich die Leute halt ich kann da differenzieren zwischen der Person die ich auf dem Bildschirm sehe oder in dem Kino und dem dem Schauspieler und auch ganz ganz stark bei der Millie Bobby Brown das ist der Name die die Eleven spielt oder Elfie bei uns ich finde die verhalten sich nicht wie Kinder auch schon bei den bei den hinter den Kulissen oder bei Interviews zu der ersten Staffel ach nee das ist so hochgezüchtete ähm äh Kindchen nee die sind nicht natürlich und ich glaube die sind ganz schwierig du merkst halt ähm wenn wenn Kinder in frühen Alter sehr populär werden sehr schnell belebt dann wachsen da auch Egos mit ja logisch ich meine du erlebst ja auch nicht das Kind sein so wie das eigentlich ein normales Kind ähm durchleben kann das ist die müssen halt irgendwie schon auch schneller erwachsen sein weil sie sich an einem erwachsenen business behaupten müssen aber ich meine ich meine jetzt gar nicht dass die unbedingt erwachsener sind das ist ja auch schön und gut wenn sie reifer sind aber aber so von sich eingenommen und irgendwie so das ist halt so eine Facette die mag ich nicht die habe ich zum Beispiel nicht wenn ich mir so Interview Schnipsel von McKenna Grace ansehe die einfach nur immer süß und adorable inwiefern ja weil sie mir wieder so so zu cutie ist und das ich also für mich kommt es manchmal ein bisschen zu ja wie soll ich sagen wenn ein Kind weiß dass es halt mit bestimmten Verhaltensweisen immer Reaktion kriegt so kommt es ja manchmal vor ja das ist sicher auch ein bisschen was ich meine die wissen halt auch wie sie sich geben müssen ja hat bei mir hat es funktioniert sehr gut Timo für den Stranger Things Kids hat es nicht so funktioniert aber ja gut egal ich fand es aber schön diese dieser Ghostbusters Crossover möchte ich mal sagen nämlich das was ich vorhin erzählt hatte dass man so als Kind losgezogen ist und dann ja dann halt auch solche Abenteuer erlebt hat und man war so auf einer Schwelle wo man gesagt hat auf der einen Seite ist das alles meine Einbildung und wir spielen das alles nur aber in bestimmten Situationen dann bist du in den Wald gerannt und es fing an zu dämmern und du warst halt trotzdem noch Kind und da war vielleicht doch noch ein vielleicht ist ja doch wirklich was dabei wenn ich jetzt dem Daniel erzähle da hinter dem Hügel da im Wald in diesem Loch da wohnt irgendwie ein Ungeheuer und warum eigentlich nicht es ist unwahrscheinlich weil ich habe es mir gerade erfunden aber warum eigentlich nicht und gleichzeitig waren wir ja auch schon auf dem Ghostbusters Trip Ghostbusters war ganz groß und wir haben Ghostbusters gespielt und das sehe ich halt dann wieder wenn ich mir diese Ghostbusters Folge ansehe ja irgendwie schon auch mit den selbst gebastelten Packs und so finde ich wunderschön Packs sind aber viel cooler als das was wir uns früher so gebaut haben auch die Anzüge sind verdächtig cool dafür dass das irgendwelche Mütter schnell mal genäht haben sollen verdächtig cool das trifft das ist das ist wohl wahr aber ich erkenne mich halt selbst darin weder als als Junge der Ghostbusters gespielt hat auf jeden Fall fand ich auch schön ich fand das das ist ganz spannend als die Staffel gerade rauskam und dann gab es ja diesen Trailer zu der Folge wo man die Jungs ja auch schon gesehen hat in den Uniformen den Packs und ich dachte mir so ja die Kinder spielen halt Ghostbusters und dachte mir so warum gehen denn alle so darauf ab weil das hat ja so einen Hype ausgelöst und die Leute sind so steil gegangen darauf und fanden das so geil und ich dachte mir die ganze Zeit so ja ist okay dann habe ich die Folge zum ersten Mal gesehen und fand es okay und dann habe ich die Folge zum zweiten Mal gesehen und dachte mir irgendwie ist schon cool weil man kann man kann sich reinfühlen so und weiß ich vielleicht das ist immer das Problem was ich habe mit Sachen die so gehypt werden obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte ich möchte ja an Sachen so unvoreingenommen drangehen wie es nur geht aber das stößt mich immer so ein bisschen ab sozusagen und deswegen konnte ich mich wahrscheinlich auch nicht so drauf einlassen und jetzt so in Vorbereitung auf dem Podcast wo ich es nochmal gesehen habe und heute auch nochmal zum dritten Mal geguckt habe fand ich es immer besser und inzwischen muss ich sagen ist eine sehr schöne Folge und ich finde das ganz liebevoll gemacht naja ich stimme dir zu also ich bin auch immer grundsätzlich vorsichtig wenn irgendwas gehypt wird aber es muss ja nicht schlecht sein unbedingt deswegen also das ist auch eine Serie wo ich mir vorstellen könnte dass das überhaupt niemand guckt und ich stolper zufälligerweise bei Netflix drüber und bleib dann da hängen ja das kann ich mir total vorstellen bei der Ghostbusters Folge war das so dass ich mir auch gedacht habe naja das wird jetzt gefeiert und das ist halt gab es halt dieses eine Bild vom ich glaube Dustin der sich so umdreht und die stehen so vor der Schule und der schaut irgendwie so Richtung Kamera und das ging damals so drum rum und auch dieses Bild wo sie auf den BMX-Rädern sitzen in dem Outfit da habe ich gesagt okay die machen jetzt ein bisschen Werbung ist ja auch irgendwie naheliegend spielt 1984 und da war das halt auch ein großes Ding aber es wird jetzt nicht großartig sein und dann habe ich die Folge gesehen und war überrascht von der Zeit die diese Ghostbusters Anspielung in Anspruch nimmt also das ist ja nicht einfach nur mal so ein Witz am Rande sondern die die baden ja da drin die rennen in der ganzen Folge in diesen Kostümen rum erst mal das dann geht es ja direkt am Anfang los mit dem Titellied und nicht nur kurz sondern das ist ja eine ganze Sequenz wo die Mütter da ihre Kinder dann fotografieren und so und sie sogar nerven ja jetzt sag mal who you gonna call oh ne nein ist auch Blödsinn warum soll man das für ein Foto sagen ja freu ich mich auch ja und dann rennen die dann die ganze Zeit dann rum und diese wunderschöne Sequenz wie die dann in der ganzen Schule ist niemand verkleidet nur die und sie dann versuchen dieses Mädchen zu beeindrucken ich find's aber auch wo du gerade dieses Bild angesprochen hast wo sie vor dem Schulgebäude stehen und das dann sich halt so so umdreht ich find das ist so eine Szene in der Folge wo ich irgendwie so ein Ghostbusters Gefühl hatte das könnte astrein wirklich auch aus einem Ghostbusters Film oder der Serie oder wie auch immer sein dass sich einer von denen rumgeht und sagt oh Leute Leute schaut mal man hört ja auch man hat ja auch im Hintergrund diese Musik die so unheilvoll klingt und dann siehst du diesen Schulbus und die Kinder steigen alle unverkleidet aus und das fand ich witzig weil das auch tatsächlich so ein bisschen dieses Ghostbusters Feeling auch aufs Korn nimmt das fand ich sehr schön das stimmt also das könnte das ist ja vom Humor das ist ja auch witzig dass die dann irgendwie alle also dass die einzigen sind die verkleidet genau das ist sehr lustig mit einfachen Mitteln und dann ist es ja auch witzig dann irgendwann denkst du dir okay das war es jetzt die laufen zwar weiter in den Kitteln da rum aber das war es jetzt und am Ende wird es ja dann nochmal aufgegriffen als der Dustin oder ist der mit den Sprachfehler das ist Dustin Sprachfehler ja als er dann den Dart den Demogorgon Dart heißt er auch so im Englischen ich weiß es ja Dart aber er er fängt ihn ja in der in der in der selbst gebastelten Geisterfalle lustig dass er die tatsächlich dann auch benutzt für den das ist lustig dann am Ende dann als der der kleine Dart dann in der Mülltonne sitzt und dann schaut er noch da rein und dann kommt der Abspann und das ist wieder die die Musik das Ghostbusters Thema herrlich also wirklich so liebevoll und naja man man merkt ja halt halt auch dass sie sich da echt reingehängt haben weil die ja auch ähm ähm um Erlaubnis gefragt haben bei Sony ob sie das überhaupt machen dürfen speziell ich glaube sie haben mit Ivan Reitman und Dan Eckert sogar telefoniert deswegen war das nicht so ja nicht nur das also die haben ganz eng zusammen gearbeitet da gab es ja sogar Stranger Things Ghostbusters Schuhe zu kaufen stimmt die waren auch geil ja ich fand es cool gemacht hast du die noch vor Augen wie die aussahen ich fand es cool also die sind für diejenigen die jetzt nicht die Schuhe gesehen haben das waren also normale Sportschuhe so Sneakers 80er Jahre Schuhe und da waren halt irgendwie als ob da so mit Stift so Ghostbusters drauf gemalt wurde und das Logo halt irgendwie ich fand es witzig ja ich auch aber ist wahrscheinlich günstiger selbst herzustellen gewesen ich finde es ich finde es lustig dass man als Kind sowas vielleicht mit ausrangierten Schuhen gemacht hätte so wie auch in der Serie tatsächlich passiert obwohl solche Schuhe hat keiner in der Serie an und jetzt wo wir erwachsen sind werden solche Sachen die aussehen als hätten Kinder sie früher gemacht werden uns für viel Geld verkauft obwohl wir genau sowas einfach mit einem Stift und einem Schuh selbst machen könnten aber lustig so ist es halt offiziell lizenziert so ist es ja witzig witzig ich fand ne ich finde es schön dass die Folge sehr schön wird das noch ein Satz irgendwann ich bin mir nicht sicher ich habe die die Anspielung so ein bisschen als Hommage an die eigene Kindheit verstanden und auch die die Figuren wenn ich mir die jetzt geholt hätte wenn ich mehr Glück gehabt hätte bei der Auktion oder bei keine Auktion bei Ebay da oder wenn ich mir die irgendwann mal ins Regal stellen werde dann auch nicht weil ich so ein großer Stranger Things Fan bin sondern weil das Figuren zu meiner Kindheit sind ich könnte einer dieser Figuren sein finde ich auch deswegen ich gucke mir auch gerade nebenbei die ganze Zeit die Figuren an und ich finde die auch schön schön gemacht wo wir auch wieder bei der Tatsache werden dass McFarlane Toys echt geile Figuren machen die sind die sind vielleicht vom Gesicht her nicht immer so hundertprozentig gut getroffen aber sie haben halt Action Figuren Größe da muss man halt auch immer Abstriche machen finde ich aber im Großen und Ganzen sehen die toll aus die Gelenke nimmst du halt auch kaum wahr das finde ich irre ja aber das ist halt das was McFarlane oder Naker diese guten Firmen sag ich jetzt mal was die halt wirklich auch drauf haben das ich meine im Grunde genommen als Großer brauchst du spielst ja nicht damit du brauchst keine Gelenke schon als Kind hab ich bei meinen Action Figuren die Gelenke selten benutzt aus Prinzip nee also wozu also ich weiß okay der Arm mal hoch oder so aber die sind wirklich toll ich hab sie jetzt auch auf mal gucken nächstes Jahr vielleicht oder zu Weihnachten nächstes Jahr oder zu Weihnachten ja aber ich ich finde auch seit ich diese diese Stranger Things Folge oder Folge noch mal gesehen habe denke ich mir so so Kids als Ghostbusters kann ich mir immer besser vorstellen zumindest zumindest auch für den neuen Film könnte ich mir das immer besser vorstellen so dass dass wir die auch sehen werden oder dass sie sowas in der Form darstellen könnten sagen wir es mal so ja ich das da sprichst du auch einen ganz super Punkt an das haben wir auch schon öfter festgestellt lustig auf dem Bild was ich gerade offen habe sieht der Finn Wolf hat also die Figur aus wie ein Asiate aber vielleicht einfach ein bisschen unglücklich Fotograf kannst du kannst du kannst du das Bild eben mal über Skype rüber schicken ich möchte es mal sehen das ist einfach so ein Promobild warte mal danke Timo kopieren kopieren wo ist unser Gesprächsverlauf Unterhaltung öffnen einfügen there you go liebe Leute der Timo hat heute einen sehr sozialen Tag wie man merkt ich finde mich gar nicht so anders als sonst das sage ich von mir auch immer übrigens was auch was auch sehr schön ist die die kleinen Proton Packs von den Figürchen die sind auch alle ein bisschen anders gestaltet ja stimmt das wie in der wie in der Serie das ist nämlich auch wieder das was andere also billigere Firmen halt nicht so machen würden die würden halt einmal das Design und alle Figuren haben das ach du scheiße gut sieht ein bisschen so aus das sieht ja da schlimmer aus auf diesem Bild und dann hast du oben drüber das Verpackungsbild und da sieht er besser aus ist auch interessant ja ist halt ist halt unglücklich ach herrje was ist dem denn passiert in seiner Kindheit das sind das sind Prototypen meine Güte Prototypen guck mal du siehst du siehst halt auch der Dustin der lächelt nicht auf dem unteren Bild aber auf der in der Verpackung lächelt er durchaus das ist ja unglaublich ähm ja wie gesagt aber das zeigt auch dass du mit Kindern durchaus so einen Film machen kannst weil okay die Ghostbusters selbst sind natürlich in der Stranger Things Welt auch nur Fiktion ähm deswegen können die ihre ihre ähm Dämonen nicht wegstrahlen aber es ist ja durchaus eine Geschichte in der sich äh Kinder und Jugendliche ähm gegen so eine übernatürliche ähm Bedrohung stellen und auch erfolgreich genau ohne dass es dass es dass es albern ist in oder so wie bei äh Goosebumps also Gänsehaut und es durchaus erwachsene Unterhaltung ist aber ich ich finde auch es gibt ja in der Folge auch diese diese Stelle in der Will wieder in dieses in diese Parallelwelt in dieses äh Upside Down abrutscht und da gibt es so eine schöne Kameraeinstellung die so hinter ihm positioniert ist und er geht dann so auf dieses Wesen zu was da hinten am Horizont quasi sich erhebt und das das sieht auch so schön aus da könnte man sich auch wenn man sich das Protonpack von der Form her so ein bisschen Film akkurater vorstellen würde könnte man sich 1A vorstellen dass das eine Szene aus aus einem Ghostbusters Film ist also finde ich auch schön gemacht das passt da auch so toll rein das stimmt aber ich finde auch ich muss sagen dieses Wesen von dem du da gesprochen hast finde ich auch super also das ist so das ist so unheimlich der switcht ja im Rahmen der Staffel immer wieder in diese Alternativwelt und dann erhebt sich dieses Vier immer wieder und ich finde das das ist so ja fand ich auch fand ich auch und er hat ja irgendwann im Lauf der Staffel ich weiß nicht ob das schon in der nächsten Folge ich glaube das passiert dann später du willst dich vielleicht noch dran erinnern dann sagt ihm vorher jemand was ja du musst dich deinen Albträumen stellen oder irgendwie so ja der dann bleibt der irgendwann mal stehen und dieses Wesen kommt immer näher und er greift den Besitz von ihm das hätte ich nie gebracht als Kind ich wäre aber weggelaufen ja stimmt das war der der neue Freund von Wills Mutter der übrigens von der Hobbit gespielt wird genau der Sam weiß der Sam weiß Gamgee der weiß Bescheid finde ich übrigens der spielt sehr cool in der Serie der Sean Astin ja Spoiler Alarm kommt jetzt ja okay also alle die noch da sind haben es schon gesehen oder denen ist es egal ich finde es schade auch dass die Figur stirbt die stirbt irgendwann das ja das ist das ist sehr verschwendet gewesen ja fand ich auch doof warum weil ja weil er ist die ganze Zeit da gewesen er war sympathisch aber irgendwie hat seine Figur halt ja nicht wirklich dann einen Weg durchgemacht die hatte irgendwie nicht großartig Existenzberechnung außer dass sie halt irgendwie eine Weile so ja ich glaube die für die für die Mutter und für ihn vielleicht auch so ein bisschen Stabilität ähm dem dem Vanona Ryder übrigens auch super schön dass schön dass Vanona Ryder nochmal einen späten Karriere Frühling erleben durfte ja schon ich weiß nicht hast du es mitbekommen damals die hat ja damals war die ja super gefragt und dann irgendwann hat die was geklaut im Kaufhaus oder so und dann war natürlich mit der Karriere vorbei das ist auch so ein Ding da wurde so ein Riesenskandal draus gemacht und ich dachte mir so ach meine Güte ist ja nicht so dass sie eine Bank überfallen hat oder jemanden getötet hat was soll das ja das das ist so also wir sind auch nur alle nur Menschen und machen halt manchmal auch richtig scheiße aber manchmal auch richtig scheiße das ist richtig aber es ist so immer die Frage inwieweit beeinflusst uns der Mensch der da was spielt wenn wir da irgendwie das fiktive Kunstwerk sehen das sind auch so Fragen die man sich weiterstellen kann jetzt mit den ganzen Skandalen die da um sexuelle Belästigung die letzten Jahre aufgekommen sind aber gut das führt zu weit und soll jetzt ja auch hier nicht debattiert werden nicht an dieser Stelle ja nicht an dieser Stelle nee aber das viel finde ich gruselig gruselig viel gruseliger als diese Demogorgons die ich eher lustig finde oder den Hund am Schluss der Hund am Schluss es gibt dann doch diesen Demohund nennt ihn doch Dustin Ah ja also die die zumindest so ein bisschen Parallelen zu einem Vierbeiner aufweisen also ich mag die Serie total ich finde für diejenigen die mit den 80er Jahren aufgewachsen sind hat es was süßes aus auf der einen Seite führt sie halt wieder diese diese Atmosphäre vor und auf der anderen Seite besteht es aber auch aus Versatzstücken von die man alle schon irgendwie gesehen hat ja das ist ein bisschen Alien das ist ein bisschen von diesem Jugendfilm die Goonies oder Stand by Me das ist auch so ein Film der in diese Richtung schlägt ja ich mag es trotzdem ich freue mich trotzdem auf die dritte Staffel ja wie gesagt es ist schon auch eine sehr gut geschriebene Serie das muss man halt auch ganz ganz klar sagen also es drückt halt die richtigen Knöpfe und fügt das eben alles auch liebevoll zusammen es ist ja nicht einfach nur ein Abklatsch oder so oder nutzt irgendwelche Sachen oder Elemente die es schon gibt und klatscht das irgendwie zusammen sondern es ist alles stimmig und zeigt absolut auch die Liebe für diese Vorbilder finde ich ja so kann man das wenn man wenn man böse ist kann man auch genau das Gegenteil aber ich finde halt ja ich ich finde es schön wenn es originell ist es muss nicht immer originell sein um unterhaltsam zu sein ich habe Spaß dabei und ich habe hier meinen Funko Pop Ghostbuster Mike hervorragend vielleicht hole ich mir auch noch die anderen vielleicht ja weil die Stranger Things Pops die gibt es halt in Filialen von ich weiß nicht das Hugendubel Natalia Natalia Buchläden gibt es die für ein 10er überall habe ich jetzt schon öfter gesehen die werden da irgendwie so verramscht ich habe da so das Gefühl dass die ganze Kette hat massenweise gekauft und die haben die Käuferschaft irgendwie überschätzt und jetzt fliegen die da immer so rum für 10er und kommen um einen mit 10 Euro ist okay mehr darf ein Funko gar nicht kosten wenn man die Dinger mag dann ist das auf jeden Fall ein Megaschnäppchen ja ja wie findest du eigentlich die Falle in Stranger Things ich meine wer hat sich nicht so eine Falle früher gewünscht ja cool das ist so wie auch die Packs besser als das was ich mir gebastelt hatte und es funktioniert ja sogar also wie er das hinbekommen hat wollte ich auch gar nicht ich verstehe es auch überhaupt nicht dass das Mädchen also Max überhaupt nicht beeindruckt ist als er ihr die Falle vorführt ja weil er ein Nerd ist und weil er rumläuft wie ein Freak und das war damals noch nicht salonfähig das ist aber auch wieder krass oder wie du merkst wie sich das verändert hat also früher warst du wenn man so war wie wir jetzt dann warst du ein totaler Freak und wurdest gemieten teilweise also ich weiß nicht wie es bei dir früher war bei mir war es jedenfalls so und heute bist du total cool wenn du auf solche Sachen stehst wie wir na gut ich hab das ich hab das ja in der Schule die Schule war sowieso ne Parallelwelt da musste ich immer hin aber da hab ich mich ja nicht gezeigt in meinem Interessen oder so ich war immer nur still und saß da so rum und hab das ertragen irgendwie all die Jahre und dann irgendwann war es zum Glück eines Tages auch zu Ende aber da hätte ich mich ich hätte mich nie so gezeigt hätte nie gesagt so jetzt ich hab mich ja damals schon für Ghostbusters interessiert und vor auch für andere Sachen aber das hab ich nie offensiv ausgelebt ne da war das schon ganz gut wenn ich so ein unauffälliges unscheinbares Blättchen im Hintergrund war Blättchen im Hintergrund ne das ist wirklich so und irgendwann irgendwann fangen die ja die Mädchen an zu gefallen wie halt auch in der Folge wo sie da versuchen da anzudocken an dem Mädel da und gnadenlos scheitern und ne das wäre das allerletzte was mir eingefallen wäre dass ich mich da verkleide und dann ne einmal zum einen war damals die Akzeptanz generell niedriger und dann noch in der Schulzeit wo du sowieso jeden Schritt dreimal überdenken musst den du gehst und wo du konform gehen musst bis zum geht nicht mehr weil du sonst der Freak bist ne furchtbar schlimmste Zeit meines Lebens Schulzeit ja das ist so bei mir war es auch so also in der Schule war eigentlich keine Träne nach manchmal ist es natürlich schon so dass man sich denkt ja gut die Verantwortung die man jetzt hat teilweise als Erwachsener da hast du es in der Schule schon echt gut gehabt in dem Sinne aber was ansonsten so soziales in der Schule anging und so das will ich gar nicht vertiefen aber das war einfach nur nur mies und ja bin ich froh dass das vorbei ist das sehe ich genauso also ich glaube man ja man lebt ja immer nur im Hier und Jetzt jetzt bist du erwachsen und musst so die Verantwortung eines erwachsenen Menschen wahrnehmen aber die Probleme und die Herausforderungen denen wir uns früher stellen mussten die waren ja damals für uns genauso bedeutsam groß von daher bin ich immer so ein bisschen vorsichtig auf der einen Seite na klar jetzt ist das Leben ernster und ich muss mich selbst um Dinge kümmern wo früher vielleicht meine Eltern sich drum gekümmert hätten aber ich habe durchaus meine meine Verantwortungsbereiche gehabt ich musste jeden Tag zur Schule gehen gegen meinen Willen ich habe das gehasst wie verrückt und ich habe ich habe viel gelernt also ich bin ich würde jetzt sagen dass ich meine Allgemeinbildung einigermaßen okay ist aber das sind alles Sachen die ich mir selbst beigebracht habe ich habe aus der Schule nicht viel mitgenommen was ich fürs Leben brauche das das ist so also ich möchte mich nicht gegen Schule aussprechen Schule ist wichtig Kinder geht in die Schule und lernt was anständiges und werdet nicht so wie wir ne macht was anständiges mit eurem Leben Podcast lohnt nicht nein 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 das ist also mein Ding war es nicht ich war eher so der der freakige stille Außenseiter und das war auch in Ordnung der war ich gern ja man 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 denkt sich immer so ach was würde ich gerne dazugehören zu den coolen hippen Kids und so aber wenn ich da heute nochmal drüber nachdenke im Grunde genommen waren das nur leere Höhlen die leere Floskeln von sich gegeben haben und weiß ich nicht das ist das das kann ich bestätigen das war auch immer so mein 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 Empfinden früher auch immer so der Gedanke wie schön wäre das da auch dazuzugehören und ist ja auch irgendwo natürlich dass man halt irgendwo dazugehören möchte aber ja auch wenn ich mir teilweise heute angucke was aus solchen Leuten geworden ist wo ich mir denke ja geil die haben es nicht gerade besser getroffen als ich ja das ist es das ist es eben heute heute sind wir die coolen Timo das ist so das ist so sehr schön ne also ich weiß jetzt nicht ob ich ob ich ich weiß eins ich bin mir treu geblieben ja ich habe immer nur das gemacht was mich was mich interessiert was mich fasziniert was mich und ich finde das ist auch ein Tipp den ich jedem mitgeben könnte macht auf jeden Fall das was nicht unbedingt das was von euch erwartet wird sondern das was ihr denkt dass das richtige für euch ist und mehr kann man nicht machen das könnte fast ein schönes ein schönes Schlusswort sein ja dann lass uns das zum Schluss kommen denn viel mehr ist ja auch nicht ja okay ich habe immer noch das Bild auf von den Figuren und bei diesen Promotion Figuren sieht Dustin's Frisur aus wie ein Gehirn wie ein Gehirn ja vielleicht ist es ja auch sein Gehirn ich weiß es nicht Mr. Brain also ich sehe ich sehe gerade auch also so der Finn Wolf also der der Mike ich finde er sieht auf jedem Bild unterschiedlich gut aus was die Qualität des Gesichtes angeht das variiert sehr stark ja ist nicht so toll ich finde den Dustin in der finalen Packung dann halt mit am besten und auch den wie heißt er denn hier der Will oder der Lukas Lukas ja den finde ich das sind auch die beiden die echt am besten getroffen sind ja der ist super getroffen auch süß das haben wir noch gar nicht angesprochen diese kurze Sequenz wo sich darum streiten dass Lukas auch Venkman ist und ich meine er hat ja recht ja ich meine das ist so eine herrliche Szene und der ich weiß nicht ich glaube Will ist es oder Mike ich glaube einer wer ist der andere Venkman Mike Mike und er will es ja nicht sagen ja du kannst du kannst nicht Venkman sein weil du schwarz bist er sagt es aber nicht und der Lukas sagt es halt ja wieso wieso ich finde es herrlich das ist schön auch diese diese Aussage niemand will Winston sein weil der nicht lustig ist und später zugekommen ist das haben wir uns auch damals das ist auch so schön wie schön die das aufs Korn nehmen und eigentlich dieses gesamte Winston Problem so so in einem zusammenfassen ich meine das ist ja auch der Grund warum Winston eben oft auf Postern Motiven und bei den Vinyl IHR zum Beispiel komplett links liegen gelassen wird ne schade ja das ist so deswegen freut es mich so dass das Ernie Hudson so eine neue Wertschätzung erfahren hat die letzten Jahre das ist total und viele Leute sagen ohne Minzen kein Großbusters aber das stimmt so als Kind willst du entweder der Schlaue sein oder der Coole oder Ray ich fand ich fand als Kind Winston aber auch immer stinklangweilig ich weiß ich nicht mit Winston konnte ich tatsächlich früher nie irgendwas anfangen also ja aber auch dieses dieses Argument das immer vorgebracht wird Winston ist so der Normalo mit dem sich das Publikum identifizieren kann das kannst du vielleicht als Filmemacher irgendeinem erwachsenen Filmfan so vermitteln aber spielen den Kinder noch nicht ich finde das generell eigentlich völlig bescheuert weil dafür dass er ja der Jedermann sein soll mit dem sich der Zuschauer identifiziert kommt er viel zu spät im Film vor dann müsste er von Beginn an dabei sein damit man eben die Sicht als Außenstehender hat auf die Jungs oder ja natürlich ja klar das ist das ist so ein Schwachsinn aber ich weiß auch nicht was die Leute denken auch mit den Junior Ghostbusters bei Real Ghostbusters damit die Kinder jemanden zum identifizieren haben was ein Quatsch das war damals das Argument ich identifiziere mich mit den mit den mit den mit den coolen Leuten mit den bescheiten oder mit den lustigen oder mit dem Ray mit dem herzlichen da irgendwie so sehe ich das auch mit denen die es drauf haben oder wie Straczynski mal gesagt hat niemand will Robin sein jeder will Batman sein ja das ist das ist echt so trotzdem wir lieben dich alle Winston und Ernie und trotzdem wollen wir Kids im neuen Ghostbusters Film als Geisterjäger sehen oder ich also ich bin nicht ich sag nicht ich will die unbedingt sehen als Geisterjäger ich sag ich will wenn dann möchte ich sie gut irgendwie als Ghostbuster sehen das muss passen kann auch alles schief gehen ich würde schon gern sehen weiß ich nicht irgendwie das ist was was wir auch bisher noch nicht so in dem Maße hatten außerdem diese Junior Ghostbusters aber das Level wird es ja sowieso nicht erreichen also in dem Sinne dass es nicht so kindisch wird wie in Real Ghostbusters aber weiß ich ich fände das schon irgendwie irgendwie würde mich das reizen muss ich sagen es müssen ja nicht nur Kids sein ne das ist das ist eben ja auch nochmal die Leute glauben jetzt alle das sind nur Kids vielleicht ist auch Paul Rudd dann dabei ja mag sein und Carrie Coon auch das mir fällt der Satz von von Jason Reitman ein den er an Paul Feek gerichtet hat wo er sich bedankt hat weil die Tür aufgestoßen wurde und jetzt kann wirklich jeder ein Ghostbuster sein ja da hast du vielleicht die Kinder und den der Ant-Man dann vielleicht noch ein paar alte dazu ich bin mir relativ sicher dass das darauf abzielt und dass das vielleicht auch so eine Aussage im Film sein wird und keiner so richtig ein neues Team oder sowas in dem Sinne Form wird sondern das ja dass es halt so diesen Spirits trägt oder wie auch immer ach mir fällt da nichts Gescheites ein ich bin da irgendwie ne das ist ja richtig dieser Spirit der in dem Fandom schon lange vorherrscht wo das eine Wertschätzung erfährt weil eben sich jeder damit identifizieren kann so wie jeder ein Feuerwehrmann sein kann könnte jeder ein Ghostbuster sein ich werde Feuerwehrmann aber niemand kann ich werde Feuerwehrmann ja ich werde Ghostbuster ich werde Ghostbuster Ghostbuster ja das muss auch noch ja gut ja Timo dann war es das jetzt ja ach das war schön jetzt bin ich wieder angekommen ja ja in der Welt in die ich gehöre wir haben dich wir haben dich also aus dem Upside Down rausgeholt Upside Down oh Baby das nehmen wir als neue Titelmusik und hier fliegt eine Motte rum ja unbedingt ja das hat es so an sich die Motten oh das Bild mit Dustin gut dann verabschieden wir uns wir verabschieden uns wollen wir das wieder auf die alte bekannte Weise machen ja okay drei zwei eins tschüss spectrel radio der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo